Hi, mein Name ist Roxanne Kressin und ich bin Künstlerin aus Gelsenkirchen. Ich bin sowohl Autorin als auch die Zeichnerin des Comics Warden of Time. Warden of Time ist eine Fantasy-Mystery-Comic-Reihe, in dem es um eine junge Frau geht, die herausgefunden hat, dass sie die Zeit manipulieren kann und die deswegen jetzt von ein paar sehr unangenehmen Typen gejagt wird. Das hier sind die Comic-Cookies und nun viel Spaß beim Hören. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneusten Ausgabe der Comic-Cookies, eurem Comic-Podcast, Zins 2012. Wir sind ein Comic-Podcast, das heißt, wir setzen uns hier zusammen und reden über Comics und ziemlich regelmäßig sogar. Wir sind eine illustre Truppe von insgesamt vier Dudes, die hier Comics gelesen haben, für euch besprechen wollen und richtig Bock drauf haben. Und das Ganze, wie gesagt, ist 2012 verhältnismäßig ununterbrochen. Wir sind so ein bisschen die neue, geile, freshe Generation hier, wollen uns es aber nicht nehmen lassen, so ein bisschen alte Traditionen aufleben zu lassen und vor allem eben über Comics zu reden und haben deswegen auch jemanden mit dabei, der ist von Anfang an Teil der Crew. Moins and Breedstorm. Einen wunderschönen guten Tag. Ein bisschen kränkelt heute und deswegen im Besonderen schon Modus unterwegs, richtig? Ganz genau so ist es, aber ich gebe alles für euch, bis ich umfalle hier. Falls ich irgendwann weg bin, ist alles okay. Dann jemand, den ihr auch schon gehört habt, der sich, glaube ich, sehr auf die Ausgabe freut, weil er sich seinem Horrorschock, sonst was, Themen, Genre am liebsten widmen kann. Moins and Patrick. Hi. Ebenso mein Namensvetter, auch wieder mit dabei. Hallo Andi. Freshe Dudes mit alten Traditionen wäre auf jeden Fall eine coole Tagline für den Podcast. Ja, und ich eben auch, Andi und so. Das haben wir jetzt alles einmal durch und wir haben diesmal keine großartige News-Sektion, wollen also gleich einsteigen in die Runde der Comics, die wir in dieser Woche, in diesem Monat, vorstellen wollen. Lieber Breedstorm, was hast du für uns am Start? Ja, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe ein kleines Faschismus-Special zusammengestellt. Und zwar ist das einmal die Rückkehr nach Eden von Paco Rucca und als zweites die Reise des Marcel Grob aus dem Hause Splitter. Sehr schön. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Ich bin im Horror-Tober-Modus. Also wie du es so schön gesagt hast, ich gucke aktuell im Oktober auch jeden Tag einen Horrorfilm. Deswegen habe ich von Christopher Tauber, Ingo Römeling und dem Herrn Liersch Survivor Girl mitgebracht und von Timo Grubing, Don't Touch It. Nice. Passend also zum Schocktober. Wie sieht es bei dir aus, Andi? Ich habe die Batman-Anthologie Batman The World dabei und dann auch noch den Comic Mechanica Celestium. Wunderbar. Bei mir geht es heute um zwei Comics, die ich euch bei Twitter angeboten habe. Und das waren nicht etwa die Power Ranger-Dinger, die ich gerade am Start habe. Und ich habe das Gefühl, keine Sau da draußen interessiert sich für die Power Rangers. Deswegen geht es heute um einmal, auch passend zum Schocktober, die ersten fünf Hälfte der Reihe Zombie-Man von Weißblech-Comics und Poison Paradise vom geschätzten Hiller-Zeder. Ja, lieber Breed-Zorn, bevor du ja stimmlich total wegbrichst, jetzt fang nochmal an. Ja, und da starte ich gleich mit der Rückkehr nach Eden von Paco Roca. Ich bin ja so ein bisschen der Paco Roca-Hooligan und im Laufe der Jahre haben wir eigentlich alle deutschen Ausgaben von Paco Roca im Podcast vorgestellt. Es ist ein spanischer Zeichner, der auch das Thema Spanien immer wieder aufgreift, sei es im Winter des Zeichners, wo er sich über die klassischen spanischen Zeichner ausgelassen hat. In die Heimatlosen hat er über Exil Spanier im Zweiten Weltkrieg, die in Frankreich gegen die Nazis gekämpft haben, geschrieben. Und das Letzte, was ich vorgestellt hatte, war ja La Casa von Paco Roca, in dem er sehr persönlich aus seiner Familie berichtet. Da hat er anhand des Feenhauses der Familie alte Erinnerungen aufleben lassen, mit seinen Geschwistern, mit seinen Eltern, aber immer wieder auch mit Bezug auf Geschichte. Und das ist eine Mischung, die mir sehr gut gefällt und anscheinend auch anderen, denn jetzt hat er nicht die Familie seines Vaters behandelt, sondern die Familie seiner Mutter. Und zwar hat er das Ganze in Form eines alten Bildes, in Form eines Strandbildes beleuchtet. Er hat also eine alte Familienaufnahme, wo verschiedene, also insgesamt fünf Familienmitglieder drauf sitzen und am Strand sitzen. Der Mann so mit freiem Oberkörper, die Damen so in leichter Badekleidung, eine Frau in kompletter, ja im kompletten Kleid und ja fast so ein bisschen wie so ein Feld, Feldkleidung und alle lächeln so freundlich in die Kamera. Er hat das Bild aber dann, ja so in Zeitebenen, in verschiedenen Zeitebenen so ein bisschen auseinandergenommen und hat das verknüpft mit der unmittelbaren Historie, die sich in Spanien ereignet hat. Es ist in La Casa schon so ein bisschen angeklungen, nämlich ein Thema, was uns, was diesen Band auch zum großen Faschismus-Special geeignet macht. Und zwar ist es unmittelbar mit Spanien verbunden, ist das Thema Franco. Franco, ein Militär, der sich mit der Zeit hochgeputscht hat, unterstützt, auch im Geheimen eine Zeit lang durch Hitler. Die Legion Condor hat im Spanienischen Bürgerkrieg mitgemacht auf Seiten Frankos. Und das faschistische Spanien hat zwar nicht im Zweiten Weltkrieg so teilgenommen, wie es zum Beispiel Italien gemacht hat, aber sie haben natürlich Deutsch-Basen und sowas gehabt, haben U-Boote aufgetankt und so weiter und so fort. Also die haben da schon massiv unterstützt und trotzdem hat Franco es letztendlich geschafft, das Ende des Zweiten Weltkriegs so zu überstehen, dass die anderen Länder, auch die USA und so weiter, ihn brauchten. Also er wurde da nicht abgesetzt, wie viele faschistische Führer aus dieser Zeit, wie Mussolini zum Beispiel, sondern er konnte weiterregieren und das hat Spanien nach dem Krieg, also die ganzen, ja, grob 20 Jahre nach dem Krieg massiv nach unten gezogen, dass er so ein seltsames faschistisches System noch am Start hatte, während der Rest von Europa eigentlich immer mehr in Richtung Demokratie gedrückt wurde. Also und damit meine ich Westeuropa. Und in diese Zeit fällt genau dieses Bild und es beschreibt diese ganze spanische Historie sehr, sehr gut an den Beispielen der einzelnen Familienmitglieder. Es sind Geschwister, es sind teilweise Onkel, Tanten und am Anfang war ich erst so ein bisschen überfordert mit dem ganzen Ding, weil ich dachte, also so richtig kapieren, was hier vor sich geht, passiert irgendwie nicht. Das ist irgendwie komme ich durcheinander und das ist aber auch, weil es ein sehr verschachtelter Aufbau ist. Die verschiedenen Historien greifen ineinander und es ist so gemacht, dass man es vollständig wirklich erst zum Schluss von diesem Band versteht und es ein wundervolles Aha-Erlebnis gibt. Also wer da reinliest und sagt, hm, was ist das jetzt hier eigentlich? Nicht aufgeben, es gibt am Ende alles einen gewissen Sinn und es ist nicht nur eine bloße Aneinanderreihung von diesen Lebensläufen in der spanischen Nachkriegszeit, sondern es ist einfach eine umfassende Darstellung dieser Familie und Spaniens in dieser Zeit. Also wir lernen zum Beispiel die große Hungersnot kennen. Der Faschismus hat halt gewisse Probleme in der Wirtschaft und Franco konnte lange, lange Zeit das Volk nicht richtig ernähren, bis es so langsam anfing mit Tourismus und so weiter, bis es wieder nach oben kam nach dem Krieg. Und da sieht man, dass das eine sehr arme Familie war, dass das eine sehr arme Familie war, aus der seine Mutter stammt. Und die Kinder hatten teilweise, ja, die hatten Probleme überhaupt satt zu werden, was für uns, die jetzt wohlbehütet aufgewachsen sind, das schwer vorstellbar ist. Da ist eigentlich eher das Problem gewesen, dass zu viel im Endeffekt da ist. Da war es aber so, also die eine Tochter hat sich da eine Freundin gehalten, weil es bei dieser Freundin, die aus etwas reicherem Haus war, so üblich war, dass man da irgendwas gegessen hatte. Das war der Hauptgrund, dass sie da hingegangen ist. Man sieht, wie Väter von ihren Müttern Essen bekommen, das aber ihren eigenen Kindern vorenthalten, weil sie so hungrig sind. Also es ist eine unvorstellbare Situation eigentlich für jemanden, der im normalen Umfeld aufgewachsen ist, dass da einfach zu wenig Essen da ist. Das steht natürlich im krassen Widersatz zu diesem Strandbild, weil wenn man das so sieht, das ist auf der Rückseite abgebildet und auch mehrfach in dem Band, dann sieht das halt aus wie eine lustige Landpartie. Was aber alles dafür in Kauf genommen wurde, um das so hinzukriegen oder was man alles in Kauf genommen hat, damit man ein halbwegs vernünftiges Weihnachtsfest vielleicht hinkriegt oder was für Konstellationen da waren, dass sehr, sehr viele Leute einfach in einem Raum gelebt haben, weil alles andere zu teuer für die gewesen wäre. Das zeigt dieses Foto nicht, aber Paco Roka legt den Daumen da genau in die Runde und zeigt wirklich sehr deutliche Einblicke in die Geschichte. Was er nicht zeigt, das kann man sich sehr gut erarbeiten und ich muss sagen, ich musste mir da auch einiges erarbeiten, weil das so ein Geschichtsfeld ist, wo ich in der Schule nicht viel von gehört habe. Ich wusste grob, Franco, okay, Idiot, aber was jetzt genau da passiert ist und so weiter und so fort, das war mir nicht klar und durch Wikipedia, aber auch ein paar Dokus, die ich mir jetzt dazu angeguckt habe, teilweise im Fieber waren, weswegen ich zwischen, sagen wir, dem Spanischen Bürgerkrieg und dem Marokko-Krieg und dem Zweiten Weltkrieg immer mal ein bisschen durcheinander gekommen bin und ich mal eingeschlafen bin, dann hat die Doku aber wieder von vorne angefangen und dann denke ich, hey, wir waren doch schon im Marokko-Krieg, was ist da denn passiert? Und ich habe jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Einblicke in das Spanien, was ich sehr faszinierend finde für das westeuropäische Land schlechthin, wie lang das eigentlich unter der Fuchtel von so einem Faschist halt wirklich stand, der Leute wie Mussolini und Hitler als Vorbild hatte und dem das alles gar nicht so wirklich gestört hat. Wie immer hat Reprodukt das in einem sehr schönen Äußeren manifestiert und zwar ist es im Querformat, wie halt Fotos auch sind und Hardcover und es sind äußerst kreative Panelgestaltung enthalten. Die Koloration wird, glaube ich, nicht jedem gefallen, weil es oftmals so Sephia-Töne sind, in die Pakuroka uns die Vergangenheit eintauchen lässt. Aber um ein Schlussfazit zu ziehen, ich war restlos begeistert davon, wie intensiv und wie liebevoll er diese Familiengeschichte einem näher bringt und das aber wiederum selber einem dazu bringt, zu recherchieren. Also das macht für mich einen guten Geschichtskomik aus, dass ich selber dann danach Bock habe, mich weiter zu informieren und Details näher zu erforschen und das hat er hier einfach geschafft und wie gesagt, wer noch nie Pakuroka gelesen hat, sollte vielleicht nicht unbedingt mit dem Band anfangen, da gibt es vielleicht andere, aber für Fans ist es, die schon ein bisschen Ahnung haben von Spanien, die Vorgängerbände gelesen haben, ist es einfach eine Offenbarung eigentlich auch. Also sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Leute, Geschichtskomik, wie ist es bei euch? Also was ich mich ein bisschen frage ist und das finde ich ja spannend, weil du bist ja, wie du selbst sagst, auch großer Fan von Pakuroka. Das war übrigens ein Rezensionsexemplar, das sollten wir an der Stelle der Vollständigkeit halber vielleicht noch erwähnen. Ist das irgendwie sinnvoll, weil er erzählt ja immer irgendwie familiäre Geschichten, auch bei der Geschichte mit dem Haus von seinem Vater das letzte Mal. Ist es hier gut, dass man weiß, wer die Familienmitglieder sind und man mit denen auch andere Geschichten kennt? Gibt es da irgendwelche Bezüge, die irgendwie dann Mehrwert haben? Also klar, er wehnt auch mal, glaube ich, seine Geschwister, aber das ist der andere Familienzweig, in dem die Mutter tauchte ja da gelegentlich auf, aber darum geht es hier nicht. Also du brauchst den anderen Band für das reine Verständnis hiervon nicht zu kennen. Es macht das viel, viel intensiver, wenn man auch die andere Seite der Medaille von der Familie kennt, aber man muss es nicht kennen. Und dieses Format, dieses Querformat, das haben die anderen Bände von ihm auch, oder? Nee, also Reprodukt macht wie bei jedem Band da immer was sehr Individuelles raus. Und hier hatten sie natürlich auch keine andere Wahl, dann hätten sie es komplett ummontieren müssen. Also das Original muss auch so sein. Das kann nicht anders gewesen sein. Patrick stellt ja später noch ein anderes Querformat vor, das aber ein bisschen anders aufgemacht ist. Wie, also, ist das geil zu lesen? Ich habe das noch nie so in der Hand gehabt. Ich stehe ja immer auf andere Formate, aber funktioniert das für dich? Außer, dass es schön ist? Ja, das, also, es ist jetzt kein, kein sehr derbes Querformat. Es gibt Querformatbände, die wesentlich länger sind, wo du dann wirklich schon einen entsprechenden Regalplatz dann am Ende dafür brauchst. Aber das hier ist eigentlich, dadurch, dass es jetzt nicht so riesig ist, ist es eigentlich sehr gut handelbar. Aber wenn dich das natürlich triggert, dass die Bände nicht alle gleich hoch sind, dann wirst du bei Reprodukt ja gar nichts nebeneinander stellen können eigentlich. Die haben nicht so wie, was weiß ich, Panini oder Splitter so ein Standardformat. Ich habe auch Querformatbände schon hochkant ins Regal gestellt, weil es halt nicht anders ging. Also, das ist crazy, aber das kann man tatsächlich machen. Also, natürlich, der Hass für jedes Regal ist halt so ein Querformat. Du weißt immer nie, wo du es hinstellen sollst. Manchmal ist das Regal nicht tief genug für so ein Querformat. Da muss man es dann schon hochkant stellen oder man muss dann irgendwie ein sehr tiefes Regal haben oder einen ganz anderen Platz, wo man die dann irgendwie lagert. Also, das ist für, gerade für, wenn wir zum Thema Bibliotheken kommen, für Bibliotheken ist das ja sowieso eine große Herausforderung, wie man mit so unterschiedlichen Formaten umgeht, um den Regalplatz auch anständig zu nutzen. Ja, aber würdest du dir den denn dazu stellen? Also, es klang für mich jetzt sehr interessant. Ich bin jetzt auch kein großer Paco Rucka-Kenner. Paco Rucka wird bei mir später auch noch vorkommen. Von daher, ich würde mich jetzt noch nicht als Rucka-Hooligan bezeichnen wie der Breedstorm. Aber mein Interesse für den Künstler an sich ist definitiv geweckt und ich müsste wahrscheinlich, wie Breedstorm vorgeschlagen hat, vielleicht mit einem anderen Band tiefer in sein Werk einsteigen als jetzt vielleicht mit dem. Aber, so wie der Breedstorm das bestrieben hat, fand ich das schon sehr interessant. Und wenn ich dann vielleicht noch im Fieberrausch mir eine Dokumentation dazu anschaue, klingt das nach einer guten Nummer. Geil, Fieberrausch. Patrick, wie ist es bei dir? Ja, ich mag Paco Rucka ja auch spätestens seit der Erschatz des Black Swans. Und zufällig habe ich heute noch eine Doku über einen Fotografen geschaut, über den Daido Muriyama. Also bin ich schon in diesem Fotothema drin. Ich finde die Art der Erzählung auch interessant. Und Paco Rucka schafft es eben auch, Geschichte mit so einer Lockerheit zu präsentieren, dass da nicht diese ewige Staubschicht dran klebt, sondern dass es auch frisch und originell wirkt wie teilweise eine Abenteuerstory. Deswegen klingt interessant. Ich würde da auch reinlesen. Und gerade dieses Querformat macht es noch mal interessanter, finde ich. oder verleiht ihm eine gewisse Authentizität. Es hat einen besonderen Spin. Er hat das Ganze auch so als Zeitstrahl ein bisschen anvisiert. Oder die Einleitung und der Epilog sind als Zeitstrahl generiert. Und da bietet sich das natürlich förmlich einfach auch an, dass du es eher quer nimmst. Lieber Patrick, dann mach doch mal gleich weiter. Okay, dann bleiben wir beim Querformat. Ich habe Survivor Girl von Ingo Römmling, Christopher Tauber und Kim Liersch. Sorry, dass ich Herrn Liersch genannt habe. Und es ist halt so diese typische Slasher-Camp-Story. Eine Gang-Jugendlicher fährt ins Camp Haddon Lake. Und da wandelt ein Jason-Fashion mit Hello Kitty-Maske rum. Der heißt Helmut. Und es kommt, wie es kommt. Er meuchelt die ganze Clique ab. Aber es gibt dann natürlich so dieses letzte Survivor Girl. Und die schließt nach anfänglichen Komplikationen mit ihnen eine ziemliche Freundschaft. Und sie fangen an, in so einer Art WG-Leben zu leben. Also wie es beim Zwerchfell-Verlag so üblich ist. Die erzählen ganz gerne WG-Stories. Nur, dass es hier eben mit einer letzten Überlebenden und einem Serienkiller ist. Das ist so vollgestopft mit Horror-Referenzen, dass ich da richtig Spaß hatte. Es ist im Querformat, weil es eben auch so ein Cartoon-Strip ist. Also jede Seite ist ein Cartoon-Strip. Und ja, wir haben hier einen Nachbarn, der in einem George R.R. Mero-Verschnitt ist. Also den Zombieschöpfer. Es wird hier auf Remakes rumgehackt auf den Found-Footage-Modus. Und das eigentlich ganz kompakt. Also sogar Leute, die nichts damit anfangen können, da hat der Christoph Vertauber dann jeweils so einen knackigen Satz, der das Ganze runterbricht. Und erklärt, was sie da parodieren. Also man versteht es auch, selbst wenn man jetzt nicht wie ich regelmäßig Horrorfilme geschaut hat oder das quasi in den 80ern mit inhaliert haben. Und ja, das dürfte auch schreckhaften Menschen Spaß machen, eben weil es so parodiert wird und dieser cartoonicke Stil eben vorhanden ist. Ich muss hier sagen, dass Ingo Römmling nicht die ganze Zeit zeichnet, sondern dass hier auch ein paar Gastzeichner dabei sind. Wahrscheinlich war da Ingo Römmling schon wieder ein bisschen verbucht, weil er ist ja ein vielbeschäftigter Zeichner. Aber das macht das Ganze jetzt auch nicht schlechter. Ich hatte da richtig, richtig Spaß mit. Vor allem auch an dem Layout. Das sieht aus wie so eine richtig abgegriffene VHS-Kassette mit einem Sticker und zurückspulen kostet noch mal, äh, nicht zurückgespulte Kassetten kosten noch mal extra, inklusive Bonus 10. Ich fand das richtig schön spaßig. Ist es mehr so Horror und schreckhaft oder ist es eigentlich schon geil, cartoon, funny, lustig und so? Das ist geil, cartoon, funny, lustig mit vielen Horrorreferenzen. Deswegen hab ich ja gemahnt, selbst wenn man jetzt nicht der größte Horror-Fan ist, wird das durch diese Cartoon-Optik ordentlich abgefedert und sorgt für Spaß. Also selbst wenn man richtig, richtig schreckhaft ist und sogar vor Jumpscares richtig Schiss hat, sogar dann könnte man das entspannt lesen. Das Ding hat ja, glaube ich, schon ein paar Jahre auf dem Buckel und wird häufig genannt, wenn es um Splitter geht, wenn es aber auch, Quatsch, um Splitter, um Zwerchfell Verlag geht oder wenn es um Ingo Römling geht. Ich glaube, das Ding ist schon so ein bisschen auch so ein kleiner Meilenstein in der deutschen Horror-Comic-Szene, oder? Zusammen mit die Toten von Zwerchfell, würde ich sagen. Aber wie wir heute noch feststellen werden, gerade auch die deutschen Comics und die deutsche Horrorbranche, die haben schon ein paar Klassiker. Wenn man die nennt, beziehungsweise wenn man darauf verweist, dann merken viele, oh, so schlecht ist das gar nicht mal. Deswegen nehme ich auch ganz gerne deutsche Comics, die man nicht so oft für den Schirm hat. Deswegen habe ich da heute auch den Harley Quinn What Night Comic vom Stapel geschmissen und dachte, nee, ich stelle lieber sowas vor. Anni, du kennst den, oder? Ja, ich bin großer Fan. Ich habe den ja auch vor ein paar Monaten wieder gelesen, als wir das Interview mit Ingo Römling gemacht haben. Habe ich den zur Vorbereitung auch nochmal gelesen. Ich habe die auch damals gelesen, als die ursprünglich erschienen sind. Also Patrick hat ja gesagt, das sind ja einzelne Strips. Die sind damals online erschienen. Ich glaube, von Woche zu Woche oder so. Also wirklich in so einem regelmäßigen Rhythmus. Und ja, hatte die damals, weil ich halt Zwerchfell auf dem Schirm hatte und auch die Toten und das alles dann irgendwie auch mitbekommen. Christopher Tauber kannte ich auch vorher schon, bevor er bei Zwerchfell war. Und mich hat damals der Zeichenstil vor allem wirklich auch begeistert. Das war so der Moment, wo ich mich so richtig in Ingo Römlings Zeichnungen verliebt habe. Das war noch vor Malcolm Max auch. Also ich kannte ihn halt, weil er irgendwie bei den Toten die Cover gemacht hat und da Geschichten gezeichnet hat. Aber so richtig dann eben auch in dieser Regelmäßigkeit hat es mich da bei Survivor Girl gekriegt. Und da war ich dann auch sehr, sehr froh drum, als dann dieser Sammelband eben auch erschienen ist. Der wirklich auch wunderschön gestaltet ist, wie Patrick schon gesagt hat. Und ja, also es ist wirklich mit Liebe gemacht. Also man merkt auch, Christopher Tauber ist da sehr, sehr tief in dem Thema drin. Der kennt sich wirklich aus mit Horrorfilmen. Der kann die Referenzen wirklich gut setzen und dann eben auch noch mit diesen kleinen Erklärungen aber auch darauf hinweisen, warum das da so gemacht ist und auf was das referenziert und so. Also ich finde den super, wirklich auch lustig. Und also gerade für Horrorfilm-Fans ist es eine absolute Empfehlung. Und für Nicht-Horror-Fans ist es, glaube ich, auch trotzdem immer noch ein amüsanter Band. Ich finde es bisher immer schade, dass da kein Sequel kam. Aber Ingo Römmling ist halt so ausgebucht. Deswegen kann ich es verstehen, dass man das als guten Standalone-Band dann vielleicht so stehen lassen will. Muss ja nicht alles eine Fortsetzung haben. Und die Herrschaften Tauber und Römmling sind beide gut beschäftigt mit anderen Comic-Jobs. Also ich bin ja schon immer froh, wenn Leute überhaupt beim Comic bleiben und sich nicht irgendwie in andere Branchen dann verziehen, wo man besser Geld verdienen kann. Wir hatten ja mal bereits in Comic-Cookies-Episode 17 über Survivor Girl geredet aus dem Jahre 2013. Damals war es ja nur als Webcomic. Und da kann man eigentlich sehr zufrieden sein, dass es überhaupt dann im Papier noch gekommen ist. Das ist halt, ich glaube, 2016 oder 2017 so in dem Dreh. Also das, oder wann kam die Ausgabe, die du jetzt hast raus? Gab es da was Neues? 16, November 16 steht hier. 16, okay. Und in etwa damit ist auch, nee, ich habe es 2018, 2017 circa bei einer Signierstunde dann gekauft, wo Christopher Tauber signiert hat. Ich glaube, das war so einer seiner drei Fragezeichenbände, wo er ja auch beschäftigt ist. Da habe ich mir das gekauft, weil mich das einfach angesprochen hat. Aber ähnlich wie unser Kollege Sascha Dörp zitiert er so gerne Filmreferenzen und anderes Zeug, dass ich bei denen richtig Spaß dran habe, dass ich mich da richtig verstanden fühle. Also mir macht diese Filmzitiererei oder dieser Meta-Humor, der hier aufgefahren wird, richtig Spaß. Das glaube ich gern. Also ein Comic, von dem ich auch schon wieder zum wiederholten Mal viel Gutes gehört habe. Und vielleicht wollt ihr mal einen Blick reinwerfen, gerade jetzt hier in diesem Halloween-Monat. Vor allem, weil jetzt gerade Halloween rausgekommen ist, Halloween-Kills. Hat das irgendeinen Bezug? Das eine ist doch Grusel im Sinne von Splatter, das andere ist mehr so Zombie, oder? Das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, ne? Da gibt's auch, nee, der Helmut ist ein Slasher, der ist mehr so wie der Jason-Verschnitt. Aber es gibt auch Zombie-Referenzen. Also das ist ein Genre-Gulasch. Da ist so ziemlich alles, was in den Horrorfilmen die letzten Jahrzehnte Thema war. Jumpscare von Footage ist das Thema. Also ich würde es da nicht nur auf Zombie runterbrechen. Verstehe. Lieber Andi, machst du weiter? Mach ich mal. Und zwar mit der Anthologie Batman The World. Die ist dieses Jahr erschienen, deutsch bei Panini Comics, original natürlich bei DC. Und kam zum Batman Day raus. Wurde eine Weile vorher angekündigt. Ist eine, wie der Name sagt, internationale Anthologie mit 14 Kurzgeschichten aus 14 verschiedenen Ländern. Das heißt, man hat sich zusammengetan, hat Teams oder auch einzelne Künstler aus Ländern der ganzen Welt gesucht, die alle eine Batman-Kurzgeschichte verfasst haben, um sie dann eben in diesem Band zusammen rauszubringen. Ist quasi so ein bisschen ein Überblick über die Comic-Welt anhand einer Batman-Anthologie. Die 14 Länder, die dabei vertreten sind, sind die USA, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Tschechien, Russland, Türkei, Polen, Mexiko, Brasilien, Südkorea, China und Japan. Also man sieht, man hat da einen recht guten Rundumschlag gemacht. Was für Deutschland natürlich das Ganze besonders interessant gemacht hat in dem Moment, als die Ankündigung rauskam. Zum einen, dass wir überhaupt vertreten sind. Und zum anderen, dass es von Benjamin von Eckertsberg und Thomas von Kummend gemacht wurde. Also das Team hinter der Reihe Gang-Ho, die wir ja auch schon besprochen haben. Jetzt kommt natürlich so der Standardsatz, den man über Anthologien generell immer sagen kann. Ein paar Geschichten sind super, ein paar sind mittel und ein paar sind doof. Also für mein Empfinden natürlich. Es mag andere Leser geben, die das anders sehen, die vielleicht alles super finden oder alles scheiße finden oder andere Geschichten gut finden als ich. Vollkommen klar. Aber bei Anthologien, gerade wenn es unterschiedliche Zeichenstile, unterschiedliche Erzählstile sind, es spricht einem nicht immer alles gleichermaßen an. Was mich, als die Ankündigung rauskam, noch besonders gereizt hat, war, dass die südkoreanische Geschichte angekündigt wurde, als gezeichnet von Jung Gi Kim. Jung Gi Kim, wer den nicht kennt, ist so, also für viele gilt er als der beste Zeichner der Welt. Auch wenn man mit Profizeichnern spricht und dieser Name fällt, dann erstarren immer alle quasi vor Ehrfurcht, weil niemand fassen kann, wie dieser Mann zeichnet. Er ist fast schon so eine Maschine. Also ohne Vorzeichnung, ohne Überlegung geht er einfach mit Tusche ans Blatt oder an die Wand oder wo auch immer er zeichnet und malt die krassesten, relativ realistischen Zeichnungen und auch die krassesten Perspektiven. Also der hat alles im Kopf gespeichert und schaut sich irgendwie nichts vorher an. Der fängt einfach an und macht total krasse Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Also Jung Gi Kim kann man sich gerne mal anschauen. Was mich dann da ein bisschen enttäuscht hat, war, dass in der südkoreanischen Geschichte Jung Gi Kim tatsächlich nur zwei Seiten gezeichnet hat. Also ein anderer Zeichner hat so die Kerngeschichte gezeichnet und dann gibt es eine Kampfsequenz auf so einer Doppelseite, die eben auch aus einer besonderen Perspektive dann dargestellt ist und das hat dann Jung Gi Kim gemacht. Also das war so ein bisschen, als ich dann das Buch in der Hand hatte und durchgeblättert habe und das gesehen habe, war so ein bisschen so ein Dämpfer. Ich habe auch beim ersten Durchblättern sehr schnell so meine zeichnerischen, optischen Favoriten ausgemacht gehabt und beim Durchlesen haben die sich dann auch rausgestellt als die Geschichten, die mir auch erzählerisch am besten gefallen haben. Also für mich persönlich sind es tatsächlich nur wenige Geschichten von diesen 14, die rausgestochen sind, die mir richtig Spaß gemacht haben, die mir sehr, sehr gut gefallen haben und dann waren viele dabei, die halt so, ja, okay waren oder die ich einfach auch dann erzählerisch vor allem plump fand. Das waren noch ein paar Geschichten dabei, die zeichnerisch ganz interessant waren, aber dann erzählerisch leider sehr plump waren und ich werde da noch näher drauf eingehen. Aber ich möchte jetzt erstmal die Geschichten vorstellen, die ich herausheben möchte, die mich wirklich begeistert haben, möchte ich schon sagen. Und das waren die Geschichten aus Frankreich, aus Spanien und auch aus Deutschland. Die französische Geschichte ist von Mathieu Gabéa und von Thierry Martin. Die spanische Geschichte ist eben von Paco Roca, wie erwähnt, ich wollte ihn noch erwähnen. Und die deutsche Geschichte, ja eben Eckertsberg und Kummend. Das sind zeichnerisch die Geschichten, die am europäischsten logischerweise daherkommen, aber wenn wir von europäischem Zeichenstil reden, ich glaube, dann haben die meisten so ein bisschen ein Bild im Kopf, dass das anders ist, als der amerikanische Superhelden-Comic in den meisten Fällen. Das hat mich auf jeden Fall angesprochen, dass die Batman-Welt in so einem etwas weniger realistischen Zeichenstil auf jeden Fall schon mal dargestellt ist, als es der amerikanische Superhelden-Comic in den letzten Jahren meistens so bietet. Und dass diese Teams es aber auch geschafft haben, eine richtig gute Kurzgeschichte auch zu erzählen. Also wo du merkst, die haben das Format Kurzgeschichte auch wirklich hier gut umgesetzt und gut drauf. Erzählen so eine kurze Episode. Die französische Geschichte ist sehr charmant und humorig. Da geht es darum, dass Batman und Catwoman im Louvre in Paris aufeinandertreffen. Catwoman da vielleicht was klauen will, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht so genau. Batman versucht sie daran zu hindern, aber die ja auch so ein bisschen so eine Chemie, so eine Beziehung miteinander haben. Da spratzelt es auch ganz nett zwischen denen. Am Ende taucht dann noch Wunderwomen auf und dann hat es so einen kleinen Twist in der Geschichte. Es kommt sehr, sehr, sehr charmant drüber. Also die hat mir absolut gut gefallen. Die spanische Geschichte dann eben von Paco Roca. Batman wird von Alfred in den Urlaub geschickt, weil er immer nur auf die Fresse kriegt und immer nur kaputt ist. Er soll da mal nach Spanien und sich auch mal Zeit für sich gönnen und sich entspannen. Und die Geschichte sehr, sehr viel mit stillen Panels auch erzählt. Also Roca macht das wunderbar, dass er wirklich so den Urlaubsalltag von Panel zu Panel darstellt. Bruce Wayne dann essen geht, feiern geht, eine Frau kennenlernt, sich ein bisschen im Hotelzimmer langweilt. Und wie er dann so nach und nach, aber auch merkt mir, das Urlaub, das ist nicht so richtig was für mich irgendwie so. Also das ist schon mal ganz nett so zwischendurch, aber mir fehlt hier was. Und dann eben doch heimlich seinen Batman-Anzug mit eingepackt hat und den dann auch am Ende anzieht und sich dann durch, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in welcher spanischen Stadt er da ist, aber da dann eben durch die Stadt schwingt. Und er einfach da nicht aus seiner Haut kann, in Anführungsstrichen. Und die deutsche Geschichte spielt in den Bayerischen Alpen. Und was ich hier vor allem auch sehr interessant fand, das ist so die einzige Geschichte aus der Anthologie, die den Fokus am wenigsten auf Batman hat. Also ich habe es jetzt nicht genau abgezählt, aber ich habe den Eindruck, dass in der Geschichte so die geringste Seitenanzahl an Batman tatsächlich enthalten ist. Die Geschichte ist ja, es ist eine Joker-Geschichte eigentlich. Es geht um eine Umweltschutzorganisation, also im Sinne von einer, so eine radikale Umweltschutz, radikale Umweltschützer, die vom Joker quasi akquiriert werden sollen und einen Industrie-Magnaten tatsächlich auch töten sollen, quasi für den Umweltschutz. Und Batman das verhindern will und wie die Geschichte dann ausgeht, will ich hier jetzt gar nicht so spoilern. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine der radikalsten Geschichten in der Anthologie mit dem vielleicht düstersten Ende. Das fand ich schon mal sehr, sehr herausstechend. Und dann, wie gesagt, dass der Fokus am wenigsten auf Batman liegt, dass Batman so eine Nebenfigur in dieser Geschichte ist, dass die Geschichte eigentlich zwischen dem Joker und diesen Umweltschützern stattfindet. Zeichnerisch sowieso, außer Frage. Also wenn man den Stil mag, wenn man den Stil nicht mag, dann ist das eh blöd. Aber wenn man den Stil von Thomas von Kuhmann mag, ist das auf jeden Fall auch wieder eine top gemachte Geschichte. Und diese drei, wenn man die drei irgendwie so ein Heft packen würde, wäre das eine optimale Anthologie. Das wäre eine kurze Anthologie, aber die fände ich richtig, richtig super. Bei anderen Geschichten habe ich dann eben so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Also zum einen fand ich manche zeichnerisch einfach nicht besonders interessant. Welche ich noch zeichnerisch ganz gut fand, waren so die Geschichten aus Russland und der Türkei. Und fand dann aber, wie gesagt, erzählerisch manche nicht besonders interessant. Und da zählt die türkische Geschichte leider auch so mit dazu. Ich fand manche Geschichten, also es scheint so ein bisschen die Vorgabe gewesen zu sein, dass man natürlich was Lokales in diese Geschichten reinbringt, dass man ein bisschen was von seinem Land vielleicht miterzählt, was aus der eigenen Kultur mit reinbringt. Bei der deutschen Geschichte spielt, wie gesagt, in den Bayerischen Alpen, da tauchen dann so die Perchten auf, diese, kennt man sicherlich aus dem Fernsehen oder von Bildern, diese Monsterfiguren. Also wenn Männer so zum Winter austreiben, sich in diese Fellkostüme und diese Monstermasken irgendwie packen und dann so durch die Dörfer ziehen und Jokers Schergen sind so quasi für das Lokalkolorit in diese Kostüme reingepackt. Gut, Paris der Louvre sowieso und Spanien als Urlaubsland. Und bei der türkischen Geschichte zum Beispiel kam es mir sehr, sehr stark vor, wie plumpe Fakten über das Land und dann auch so gewisse Orte, so Bruce Wayne ist jetzt da und betrachtet sich jetzt dieses Gebäude und das ist deswegen wichtig in der türkischen Geschichte und da kommt dann nicht so ein richtig guter Fluss irgendwie rein. Also das ist dann mehr so Batman als Touri-Führer, der dann auch noch ein Abenteuer erlebt und auch irgendeine Action-Sequenz hat oder so, aber wo dann irgendwie so Fakten übers Land so ein bisschen abgearbeitet werden und dann eben da kein schöner Erzählfluss dabei entsteht. Manche Geschichten, auch die russische, fand ich zeichnerisch noch ganz gut auch eigentlich, aber dann wieder erzählerisch, da sehr, sehr viel mit Text gearbeitet. Also zum einen so Gedankentext, das ist noch okay, aber dann auch wirklich so mit so Artikeln, das finde ich immer sehr anstrengend. Und gerade auch in der Kurzgeschichte, wenn dann so mehrere Artikel, so Zeitungsartikel oder Buchseiten oder so auftauchen, die ich dann lesen soll, das ist erstens gestalterisch selten interessant und dann eben auch erzählerisch irgendwie ein bisschen schwierig. Was ich da noch ganz interessant fand, das wirkt autobiografisch, muss es nicht sein, aber da geht es auch mehr um so die Geschichte eines Batman-Lesers über die Jahre und wie man so mit der Figur umgeht und was Batman vielleicht für eine jüngere Generation bedeutet oder auch nicht bedeutet. Also weil der Erzähler kommt dann irgendwie so an den Punkt, dass er sagt, vielleicht ist das auch diese positive Heldengeschichte etwas, das ich an meine Enkelin weitergeben kann und stellt dann fest, die sitzt schon da und zeichnet Wonder Woman und dann sagt er eben so, aber vielleicht hat sie einfach auch schon ihre eigenen Helden, Schrägstrich Heldinnen auch gefunden. Das finde ich ganz charmant, aber wie gesagt, ansonsten, diese Erzählstruktur fand ich da eher schwierig. Und das hatte ich eben so mit einigen Geschichten, dass ich gerade das Erzählerisch nicht ganz gut fand. Das Lettering war ein paar Geschichten auch ein bisschen doof. Also ich finde von den 14 Geschichten für mich persönlich drei wirklich gute Geschichten ein bisschen ein schlechtes Verhältnis. Also da finde ich jetzt, dass ich jetzt, Band kostet 20 Euro, davon haben wir jetzt elf Geschichten nicht wirklich großartig was gegeben und ich finde jetzt auch, also zeichnerisch jetzt nicht wirklich, also wenn ich übrigens sagen würde, okay, ich fand die Storys nicht ganz gut, aber ich habe fünf geile neue Zeichner kennengelernt, die ich noch nicht kannte, wo ich vielleicht weiter recherchieren könnte, ob es von denen irgendwelche Bände auch auf Deutsch gibt oder ob da mal was rauskommt, dann wäre das noch okay, aber das war es leider eben auch nicht. Also ich muss wirklich sagen, also diese drei Geschichten, die stechen halt einfach wirklich raus und das waren dann doch zum großen Teil eben auch schon Menschen, die ich schon kenne und die ich zu teilen zumindest auch das Werk schon gelesen habe. Also von daher ist dieser Band von mir jetzt keine absolute Empfehlung. Ich würde sagen, lieber erst mal reingucken und sich dann mal so zeichnerisch auf den eigenen Geschmack verlassen. Also wenn man durchblättert und feststellt, also der Großteil der Zeichnungen gefällt mir gut, dann glaube ich, ist das ein ganz guter Kauf, wenn es den Leuten geht wie mir, das beim Durchblättern schon auffällt, okay, mir gefallen drei Geschichten und die drei Geschichten sind auch die, die ich erzählerisch gut finde, dann ist es ein bisschen schwierig. Ich habe ehrlich gesagt noch niemanden sonst drüber reden hören. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Kritiken gelesen. Ich habe noch niemanden irgendwas drüber sagen hören, wie das Ding so angekommen ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Zeichen ist, dass keiner drüber redet, obwohl deutsche Geschichte mit drin ist. Aber vielleicht habt ihr ja was dazu zu sagen. Ich weiß es gar nicht. Ich habe mit euch noch drüber gesprochen. Andi, dich kennt man ja auch ab und zu mal mit einem Batman-Logo am Körper. Patrick ja auch, aber ich fange mal mit Andi an. Andi, hast du das gelesen? Hast du es mal in der Hand gehabt? Hast du reingeschaut? Nee, aber ich bin trotzdem relativ gut drin, was diesen Band angeht. Das liegt vor allem an einem Interview, das ich gehört habe oder gesehen viel eher, weil ich habe es immer runtergeladen, also habe ich es doch gehört, beim YouTube-Kanal I Am Nerd. Dort waren die beiden deutschen VertreterInnen nämlich zu Gast und haben über ihre Arbeit generell gesprochen, aber eben auch über ihren Ausflug hier zu DC und zu diesem Batman-Ding, was sie machen sollten oder durften viel eher. Sie waren sehr geehrt und fühlten sich ja, also das ist natürlich schon irgendwie auch eine Art Ritterschlag, wenn du da für DC oder andersrum Deutschland hier vertreten darfst, in so einer letztlich Anthologie. Und es ist genauso, wie du sagst, alle waren angehalten, irgendwie lokal koloriert mit reinzubringen und irgendwie den deutschen Bezug herzustellen. Und es war relativ schwierig auch für Benjamin von Eckertsberg und Thomas von Kumant, DC davon zu überzeugen, dass hier deutsche Schneeberge jetzt besonders deutsch sind. Die hätten natürlich gerne eher typisch bayerische Dinge gesehen, ja, also wahrscheinlich viel mehr Fachwerk, viel mehr Bier trinken, vielleicht eine Lederhose oder sowas, weil das für die Amis halt deutsch ist. Deswegen war das halt, ohne dass ich die Story jetzt im Detail kenne, schwierig davon zu überzeugen, dass das schon irgendwie auch Deutschland repräsentiert. Und dann ist ganz interessant, also ich kann das Interview generell empfehlen, weil es halt auch darum geht, wie du dann spannend Batman präsentierst, der ja für gewöhnlich gern auf Dächern rumsteht und stoisch irgendwie ins Dunkle guckt. Das kannst du auch irgendwie auf einem Berg, aber da sieht es halt anders aus. Und deswegen da mal die Empfehlung für das Interview. Und mich erinnert so ein bisschen auch deine Erzählung davon, wie dir jetzt das gefallen hat, weil letztlich ist es ja eine Anthologie wieder. Erinnert mich daran, wie das vor, wann war das gewesen? Vor drei, vier, fünf Jahren, da gab es so DC-Mega-Bände zu Batman, die auch voller Kurzgeschichten waren. Auch irgendwie 20, 30 Kurzgeschichten, die wir in so einem ähnlichen Umfang gehabt haben und wahrscheinlich auch eine ähnliche Qualität. Da waren viele Dinge dabei, die waren nicht so richtig ausgereift. Die haben mir weder storytechnisch noch optisch gut gefallen, aber eben doch der ein oder andere auch positive Ausraster. Und so ein bisschen so wird das hier auch sein. Ich finde es spannend, dass du jetzt quasi sagst, dass deine drei Vertreter, oder die Storys, die dir am besten gefallen haben, ja auch eher welche mit europäischem Bezug wären. Leider gibt es Batman Europe schon. Das ist quasi genau dasselbe gewesen, glaube ich. Nee, Quatsch. Batman Europe war eine Miniserie mit einem roten Handlungsstrang, glaube ich. Und ja, das ist alles, was ich dazu weiß. Wie gesagt, die Entstehungsgeschichte dazu ist ganz spannend. Hört da mal das Interview auf dem YouTube-Kanal, YouTube-Kanal I Am Nerd rein. Patrick, was sagst du? Ich habe den Band tatsächlich gelesen. Ich bin da ganz beim Andi. Nur, dass ich hier noch einen positiven Ausraster habe, also bei die Bermio und Brian Azzarello. Also ich sehe Bermios Zeichenstil halt recht gerne. Deswegen fand ich auch die amerikanische Geschichte ganz gut gemacht. Also gerade dieser düsterdreckige Stil, den Bermio einbringt. Ich war ehrlich gesagt schockiert von der Geschichte, wenn ich da kurz eingreifen darf. Ich habe Bermio auch als wirklich Zeichner abgespeichert, den ich gut finde und war dann hier ziemlich abgeturnt von diesem extrem übertrieben digitalen Stil. Und dann ist es auch erzählerisch. Es sind halt hauptsächlich Einzelseiten. Es ist mehr Illustration, als dass es wirklich Comikerzählung ist. Also sequenziell wird hier nicht viel erzählt. Deswegen, ja, konnte ich die, die habe ich echt auch quasi schon fast gestrichen aus meinem Kopf. Ich erinnere mich immer kaum an die. Ich muss da immer wieder reinblättern. Ja, also deswegen, ich war da leider nicht überzeugt davon. Also da habe ich andere Bermio-Sachen gesehen, die mir besser gefallen haben. Und bei dieser bayerischen Story, da war ich verwundert, dass bei der Öko-Story halt nicht Poison Ivy, da der Antagonist ist, sondern der Joker. Sonst haben wir für Öko-Terrorismus, so wird sie ja auch oft in den Batman-Comics genannt, Poison Ivy. Dass die da nicht vertreten war, aber wahrscheinlich war es ihr dann zu eiskalt, dass sie sich da nach Bayern getraut hat. Ich glaube, da kommt dann aber ins Spiel auch, also auch wieder nur Vermutung. Ich glaube, und das trifft vielleicht auch auf andere Geschichten zu, die ich nicht so gut finde, nicht jeder von den Machern in diesem Comic ist wahrscheinlich tief in der Batman-Welt drin. Und Thomas von Kummant war auch vor kurzem beim Comic-Talk mit Helle von Sinnen und da hat er auch darüber gesprochen, dass er seinen Joker eigentlich auch mehr am Film-Joker angelegt hat und dass er noch mehrfach die Optik der Comic-Figur revidieren musste, weil der Verlag gesagt hat, es soll nicht so nah am Film-Joker dran sein. Ich vermute vor allem der Heath Ledger, vielleicht auch noch der Joaquin-Phoenix-Joker, bin mir nicht so sicher, wo Thomas von Kummant da seine Inspiration hergezogen hat. Und ich glaube, da ist es dann einfach so, naja, wenn ich schon eine Batman-Geschichte mache, ich gucke gerne die Filme, ich finde den Joker interessant, dann nehme ich da den Joker und ich glaube nicht, dass da viel Gesankenschmalz reingelaufen ist. In welcher Batman-Villain passt denn am besten in eine Öko-Geschichte? Aber ansonsten bin ich da halt auch wirklich komplett bei dir. Wir haben hier die Curt of Olds und so, wir haben wirklich so ein ... Alle diese Leute geben sich die Klinke in die Hand, also auch die Curt of Olds und gewisse Gegner, aber es ist wirklich ... Man könnte es besser als Touristenguide verkaufen. Und ich kann es verstehen, es ist wirklich ein Ritterschlag für alle, die jetzt hier mal eine Batman-Story machen durften. Aber sowohl Batman Europe, der so ein bisschen mehr dieses Lokalkolorit durchgebracht hat, fand ich besser als auch die Batman-Anthologie Batman Black and White, die an sich wirklich das stimmigere Gesamtpaket abgeliefert hat, wo wirklich deutlich mehr positive Ausreißer nach oben waren und auch die Beteiligten deutlich mehr in der Materie drin waren und sich da austoben konnten, wo man das Gefühl hat, die erzählen die Storys, die sie wollen. Und ohne diese ganzen Vorgaben im Hintergrund war das für mich die organischere Anthologie. Und bei Batman gibt es hier jetzt echt auch nicht wenige Anthologien-Sammlungen. Von daher war das halt echt so ... Das Cover ist cool, die Zeichnungen sind teilweise richtig gut gelungen, aber inhaltlich war das für mich leider auch ein bisschen mau. Schade, wo das doch eigentlich ein großes Prestigeprojekt führt, die sie und ja eben auch Panini sein hätte können. Was es ja auch ist, aber schade, dass es nicht so überzeugt irgendwie. Das Ding ist ja auch weltweit gleich erschienen, das hat sie erwähnt, Anni, zum Batman-Tag kam das Ding raus, das hat sie gesagt, glaube ich. Die weltweite Gleichzeitigkeit hatte ich nicht erwähnt, aber stimmt, ja, zum Batman-Tag, ja. Nice. Das ist unser Abstecher in den Superhelden-Bereich, den wir heute nochmal auch von anderer Seite aus abdecken werden. Und ich werde nun reden über den Comic Poison Paradise vom Maximilian Hiller-Zeder. Und das mache ich vor allem deshalb, weil er selber auf Twitter gesagt hat, ich soll das tun, hat das Ganze geteilt und jetzt machen wir das so. Ich hatte insgesamt drei Comics zur Wahl gestellt, wovon ich zwei vorstellen wollte. Das ist neben Zombieman, was jetzt noch folgen wird, hatte ich unter anderem, wie gesagt, eine Power Ranger-Miniserie am Start und hier Poison Paradise. Naja, und sei es drum, Poison Paradise hat haushoch gewonnen. Das gute Ding hat er im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne damals drucken lassen. Ich weiß nicht, ob es da schon fertig war und es hier nun im Druck ging oder ob das irgendwie im Rahmen einer Stellung war. Patrick, hast du da Details? Mit dem Comic habe ich mich leider noch nicht befasst, aber das sah schon mal sehr interessant aus. Ich kann verstehen, dass der gewonnen hat. Sorry. Ja, und deswegen habe ich mir das Ding einfach geholt, weil das hier, für mich ist der Maximilian und alles, was er so gemacht hat, irgendwie auch ein ganz typischer Vertreter der deutschen Indie-Comic-Szene. Der hat jetzt zum Beispiel, und der liebe Legal Legende ist auch großer Fan von ihm, dieses, so eine Reihe gemacht. Davon ist ein Vertreter irgendwie, was ich mal irgendwie in der Wüste getan habe und wieder vergessen habe, keine Ahnung. Also den habe ich mal irgendwie gelesen und die heißen alle ganz spannend, gibt es alle bei Quibi zu bestellen und er hat einen ganz interessanten, auch optischen Stil und nun hat er, wie gesagt, hier einen Comic erstellt, dessen Inhalt sich verhältnismäßig schwer für mich in Worte fassen lässt. Ich möchte mal die wenigen Zeilen auf der Rückseite vorlesen und dann sagen, warum das überhaupt nichts mit dem Comic zu tun hat. Die Apokalypse sind voll im Gange. Mist, was jetzt eine Gruppe übrig gebliebener tut sich zusammen, um das Unmögliche zu wagen, das Ende der Welt aufzuhalten und Gott zu stürzen, den alten weißen Sack. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, auch wenn überhaupt, nur so das grobe Setting. Denn diese ganze apokalyptische Geschichte spielte diesen Band, wenn überhaupt, nur eine untergerordnete Rolle. Denn eigentlich geht es viel eher um eine Gruppe von scheinbar recht jungen Menschen, meinetwegen, man könnte sagen, Freunden einer Clique und diese Personen, wie die miteinander umgehen, was sie miteinander erleben, wie die sich selbst entdecken, ihre Sexualität entdecken und auch über diese Themen sprechen. Darum geht es hier letztlich. Das ganze Apokalypse-Ding ist, wenn überhaupt, nur als eine Art Parabel zu verstehen. Und so ist auch so ein bisschen der Titel zu interpretieren. Denn diese Personen, um die es hier geht, die könnte ich jetzt namentlich aufzählen, aber das sparen wir uns mal, die vertreten ganz unterschiedliche sexuelle Ausrichtungen. Da sind Transpersonen dabei und ich möchte an der Stelle schon mal Entschuldigung sagen, falls ich nicht immer das korrekte Wording benutze, aber ich versuche das hier halt schon irgendwie auch sinnvoll und optimiert, also richtig zu sagen. Kurzum, da sind Personen dabei, die wie gesagt Verschiedenes abdecken, die ihre Sexualität noch entdecken müssen oder wollen, die sich von der Gesellschaft oder was davon übrig ist unter Druck gesetzt fühlen. Da sind toxische Personen dabei, die innerhalb ihrer Beziehung Druck auf den anderen, auf den anderen Partner, auf die Partnerin ausüben. Da sind, wie gesagt, Menschen dabei, die vom Ersteindruck wirken, als das ist aber ein Mann und dann sind sie es vielleicht doch nicht oder auch andersrum. Das sind Personen, die ihre Sexualität generell sehr offenherzig ausleben und darüber sprechen und eben so ganz verschiedene, ja, einfach so Ausrichtungen letztlich darstellen und das Ganze dann eben auch in diesem Freundeskreis miteinander besprechen und da mal besser und mal schlechter miteinander umgehen. Das ist auch letztlich hier so ein Slice-of-Life-Comic, in dem wir verschiedene Gesprächssituationen, die sie da draußen in der echten Welt vermutlich auch so gibt, also wie sie in der Form auch existieren, könnte ich mir vorstellen, hier in diesem Comic dargestellt werden und wenn dann hier Apokalypse ist und wenn ich das nenne Poison Paradise, dann ist es eigentlich meines Erachtens und meiner Interpretation nach so zu verstehen, als haben wir hier letztlich eigentlich Menschen, die nur leben wollen und ausleben wollen, was sie sind und wer sie sind, aber innerhalb der gesellschaftlichen Zwänge, die da draußen existieren, ist ihnen das quasi unmöglich oder wird ihnen zumindest erschwert und so verstehe ich, wie gesagt, auch dieses Bild der Apokalypse und dieses vergifteten Paradieses und das ist ein Comic, den hast du ratzfatz durchgelesen, der kostet 24 Euro um Softcover, kann man direkt beim Maximilian bestellen, der hat hier noch einen Verlag aufgemacht, den Slinger und Cedar Verlag, da gibt es glaube ich auch nur zwei Werke bis jetzt und das gute Stück hat hier 170, 170 Seiten, ist ratzfatz durch und in seinem typischen Stil sehr interessant und teilweise auch sehr explizit, was zum Beispiel Sexualität angeht, dargestellt und er hat mir gefallen. Ich habe den gern gelesen, das liegt aber ganz eindeutig an diesen Dialogen, die hier geführt werden und an den zwischenmenschlichen Dingen, die hier stattfinden. Das war für mich beeindruckend und vor allem auch in weiten Teilen neu, weil ich einfach mit diesem Personenkreis, der nicht straight, hetero ist, der sich nicht ganz klar binären, sexuellen Strukturen zuordnen lässt, habe ich im Alltag nicht so viel zu tun und deswegen war das für mich ein sehr interessanter Einblick, den ich genossen habe. Es gab aber auch Dinge, die ich schwierig fand und das ist insgesamt so ein bisschen die Darstellung der Charaktere und das Mitkommen, ey, worum geht es hier eigentlich gerade? Du hast so eine Szene gelesen und denkst, okay, jetzt hat diese Person irgendwas vor und da gibt es offensichtlich im Laufe des Buchs ja dann auch diesen Masterplan mit Wir stürzen Gott, aber wer genau das jetzt eigentlich ist und warum die das tun, das wird mir nicht so ganz so klar, wie ich es gerne gehabt hätte und das wird unter anderem deshalb auch erschwert, hat wohl einzelne Figuren aufgrund der Kolo, die in diesem Werk sehr sprunghaft ist, auch manchmal gar nicht klar ist, wer ist das eigentlich? Also beispielsweise hat hier eine Figur, das ist ein Partner, der scheint ein ganz klassischer Mann zu sein, der zeitweise eine offene Beziehung mit seiner Freundin hier führt, der ist dann mal mit braunen Haaren dargestellt und mal mit roten Haaren und da muss ich dann kurz mal gucken, okay, wer war das jetzt hier eigentlich? Gerade weil wir wenig, also selten mehrere Seiten am Stück mit den Figuren bekommen, sondern häufig nur wenige Seiten. Das ist fast schon anthologiehaft. Man kann, wenn man das am Stück liest und sich ein bisschen konzentriert mitkommen, aber es ist nicht ganz so einfach. Ein zweites Lesen würde diesem Band wahrscheinlich noch mehr, würde dem Band guttun. Also das fiel mir doch relativ schwer, dann manchmal da so mitzukommen, aber das ändert nichts daran, dass wenn man das eben jetzt mal auf die Dialoge und auf die einzelnen Szenen runterbricht, ist das wahnsinnig interessant und gut gemacht. Die Stilistik, die ja irgendwie, ich kann es kaum beschreiben, irgendwas zwischen Indie-Cartoon-haft ist, ist ganz cool, ist halt einfach typisch auch Hillerzähler. Wer seinen Stil kennt, der weiß genau, was er sich hier einlässt. Es gibt nicht zu Unrecht, wie gesagt, gleich zu Beginn des Comics auch eine Trigger-Warning wegen sexualisierter Gewalt und überhaupt generell expliziter Darstellung von sexuellen Handlungen. Es gibt hier Drogenkonsum, es gibt das Thema Transfeindlichkeit und da ist zu Beginn auch eine Trigger-Warning zu Recht drin. Es ist generell eine ganze Menge Kritik auch drin am Konservatismus, an diesem, wie es ja auf der Rückseite steht, auch alten weißen Sack, also der alte weiße Mann kriegt ja auch sein Fett weg und aber irgendwie auch nur so am Rand. Das ist nicht das Kernthema dieses Buchs, es geht wirklich eher um die, ja um diese Figuren und deren Interaktion untereinander. Es spielt immer mal eine Rolle, aber es ist nur eine weitere Facette des Buches und das Buch kann ich insgesamt wirklich also empfehlen allen Leuten, allen Lesenden da draußen, die Interesse daran haben, mehr einzutauchen in die Alltäglichkeit von, ja diesen, ich will es jetzt nicht sexuellen Randgruppen nennen, aber statistisch ist das wahrscheinlich so. Wer da Lust drauf hat, dem kann ich diesen Comic Wärmstens empfehlen, der auch eine tolle Portion Humor mitbringt, der viele so, ach so, Momente irgendwie hat und der Spaß macht. Ich glaube, das ist mein Fazit dazu. Andi, könntest du da dir vorstellen, da reinzugucken? Kennst du eigentlich den Maximilian Hiller Zeder? Ich kenne ihn aus der Ferne. Ich habe von ihm noch nichts gelesen, außer Kurzgeschichten in Anthologien. Von seinen größeren, längeren Solo-Werken habe ich tatsächlich noch nichts gelesen. Da habe ich eine Lücke im deutschen Independent-Bereich, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, muss ich noch nachholen. Bin auch durchaus interessiert. Auch ähnlich wie vorhin bei Paco Rucker, klingt das jetzt so, als wäre das jetzt wahrscheinlich nicht der Band, mit dem ich einsteigen würde. Ich würde vielleicht immer was zu was anderem greifen. Aber an sich klingt es interessant genug. Es klang ein bisschen, du wirktest ein bisschen verwirrt zurückgelassen, was so den Einstieg auch ein bisschen verwirrend erscheinen lässt. Also zeichnerisch mag ich seine Sachen ganz gerne. Erzählerisch kann ich da nicht viel zu sagen bis jetzt. Also ich bin interessiert. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch diese anderen Titel nennen, die habe ich nochmal rausgesucht, sonst ein bisschen peinlich. Das ist, glaube ich, wirklich als Reihe zu verstehen. Zum einen, als ich mal plötzlich in der Wüste gewesen bin und dann der Nachfolger, als ich mal plötzlich in der Wüste gewesen bin, Teil 2, woraufhin ich einen Zeitreisenden traf. Weißt du Bescheid? Also das sind so die Titel dieser Comics. Die sind, ich habe den zweiten, glaube ich, gelesen. Ne, ich habe irgend so was gelesen, da war was Blaues. Naja, und Mertens hat er auch noch gemacht, den findet der Legende ganz toll. Ist alles ein bisschen skurril und ein bisschen kurios, aber das hat seine, seine Art und Weise irgendwie Comics zu präsentieren. Ja, und das ist hier nicht anders. Patrick, was für dich dabei? Das klingt schon mal schräg genug, um da reinzulesen. Tut mir leid, dass ich mich bisher noch nicht beschäftigt habe. Wie es Andi Preller gesagt hat, ich habe da jetzt auch anscheinend offensichtlich eine Lücke im deutschen Indie-Bereich, wo ich mal ein bisschen mehr nachlesen müsste, um das zu schließen. Wurde hier jetzt Life Scammer offengelegt. Passiert auch mal. Ja, und Breedstorm, bei dir bin ich auch in der richtigen Stelle, wenn es um solche Themen geht, oder? Selbstverständlich. Also ich habe auch einen von diesen, wie du sie genannt hast, die Als-Ich-Mal-Bände. Und da ich den bei Quimby bestellt habe, seinerzeit habe ich dazu auch einen freshen Hiller-Zehler- Hiller-Zehler-Jude-Beutel, glaube ich, bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich müsste mal gucken, wo der ist, aber ich erinnere mich allerdings, dass da die Einstiegshürde nicht so hoch war, weil 24 Euro, das ist natürlich, du hast gesagt, man ist schnell durch. Das ist natürlich eine andere Nummer, als wenn du, die anderen waren ja sehr kleiner halt. Also den habe ich mal so mitgesnackt irgendwo bei einer Bestellung. Sind aber auch 170 Seiten, ne? Ja, klar. Aber dann musst du es schon sehr wollen halt. Also es ist nichts, wo du sagst, da gucke ich jetzt mal spontan rein. Sehr geil. Ich würde mir auf jeden Fall, glaube ich, auch mal eine Lesung dazu anhören oder angucken, viel eher, weil mich mal interessieren würde, wie er dann auch, wenn er das selber lesen würde, die Figuren so, sag ich mal, darstellen und betonen würde, wie sie in seinem Kopf funktionieren, wie die Charaktere so in seiner, ja, einfach in seiner Artikulation, wie das wäre. Das würde mich mal sehr interessieren. Ach, da habe ich auch beim Niklas Fiedler mal ein paar Live-Lesungen erlebt und wie die dann teilweise auf der Bühne leben, das ist wirklich nochmal eine interessante Komponente. Es hat schon was Hörspielhaftiges. Also das klingt auch wirklich super interessant. Ja, lieber Breedstorm, dann bist du mit deinem zweiten Comic dran. Ja, das große Faschismus-Special Teil 2 und diesmal widmen wir uns wieder Nazi-Deutschland beziehungsweise Nazi-Europa in diesem Moment. Der Band heißt Die Reise des Marcel Grob und ist untertitelt Ein junger Franzose wird mit 17 Jahren zur Waffen-SS eingezogen Juni 1944. Bei dem Namen Marcel Grob, den wir auf dem Cover finden, sehen wir die französische Schreibweise des Namens, also mit R-C-E-L. Es gab ursprünglich in der Biografie des Marcel Grob eine Phase, wo sein Name einfach deutsch geschrieben wurde und zwar nämlich mit R-Z-E und Doppel Ludwig am Ende und das beschreibt schon ganz gut diese Lage im Elsass-Lothringen, weil der Marcel Grob ist ein Bürger aus dem Elsass und das Elsass zwischen Deutschland und Frankreich platziert, hat im Laufe der Jahrhunderte immer mal wieder die Herrschaft gewechselt, es war mal französisch, es war mal deutsch, es ist alles mögliche passiert und über einen längeren Zeitraum war es nach dem deutsch-französischen Krieg 1971 dann deutsch geworden, bis 1918, als durch den Vassailer-Vertrag Deutschland einige Gebiete abtreten musste als Reparationsleistung in diesem Fall natürlich an Frankreich. Alles was dann in diesen Zwischenjahren mal deutsch gewesen war, wurde eliminiert quasi aus der Geschichte, also Französisch wurde komplett als Amtssprache eingeführt, die ganzen Beamtinnen, jetzt fange ich an zu gendern, wobei das zu dieser Zeit gar nicht notwendig war, also die ganzen Beamtinnen wurden rausgeschmissen und wie gesagt, nach dem Ersten Weltkrieg war das Elsass dann wieder Französisch. Das hat sich 1940 durch das sich ausdehende Nazi-Deutschland erledigt und im Laufe des Krieges geschah es dann, dass Nazi-Deutschland irgendwie die Truppen auch ausgegangen sind. Das heißt, dem negativ für Nazi-Deutschland erscheinten Verlauf des Krieges wurden viele fremde Truppen anderer Nationalitäten auch mit dazu benutzt. Und zwar speziell in der Waffen-SS. Die Waffen-SS war wieder eine Geschichte, die hat ja nicht so wirklich zur Wehrmacht gehört, lange Zeit, wurde später dann dazu gemacht, sondern es war so ein bisschen paramilitärische Fanatiker, die dann hinter der Frontlinie sich mit Partisanen und Säuberungsaktionen beschäftigen sollten. Und das in den meisten Fällen, gerade in den ersten Kriegsjahren, sehr gern gemacht haben, weil es waren meistens sehr fanatische Nazis da. Im Laufe des Krieges sind aber sehr viele von denen erschossen worden und da hat man dann einfach Leute zur Waffen-SS gezogen, die in den jeweiligen Ländern waren. Also ich war komplett überrascht, als ich da so die Recherche angefangen habe. Also quasi in jedem besetzten Land hat man dann gesagt, oh, also zumindest am Anfang, ihr seid ja auch ganz schön blond und blauäugig, also ihr könntet eigentlich auch sehr gut in die Waffen-SS gehen und zum Beispiel in Schweden, Dänemark, das hat einfach für viele, da einfach Norwegen, das hat einfach sehr gut funktioniert, weil es auch in anderen Ländern Leute gab, die Faschisten waren. Also Faschismus ist natürlich ein weltweites Problem. Zu diesem Zeitpunkt gab es ja auch noch den Kommunismus als System, wo es auch in Ländern außerhalb von Deutschland sehr viele Gegner gab, zum Beispiel Frankreich gab es eine Waffen-SS-Division Charlemagne, also Karl der Große, die einfach aus Leuten bestand, die gegen Kommunisten kämpfen wollen und dann freiwillig dabei getreten sind. Im Elsass war das wiederum anders, da gab es natürlich auch eine deutsche Minderheit, die wurde, wo es Freiwillige gab, es gab aber auch viele, die sich als Franzosen gefühlt haben und die dann im späteren Kriegsverlauf eingezogen wurden. Das passierte dann auch in anderen Ländern, dass man einfach gesagt hat, ihr seid Kriegsgefangene, ihr könnt euch jetzt überlegen, möchtet ihr vielleicht in diesem Camp hier arbeiten, bis ihr sterbt oder möchtet ihr für uns kämpfen? Und solche Einheiten wurden dann größtenteils zur Waffen-SS für Einsätze hinter der Frontlinie rekrutiert. Das hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert und letztendlich sind die meisten davon aufgerieben worden und speziell beim Kampf um Berlin am Ende des Krieges gab es noch sehr viele ausländische Soldaten, also Waffen-SS Einheiten, die da irgendwie zusammengezogen wurden und skurrilerweise dann versucht haben, Berlin da noch irgendwie zu retten, obwohl es eigentlich gar nicht ihr Land ist und der Auftrag totaler Schwachsinn, aber sehr langes Vorspiel, aber Marcel Grob wird auch eingezogen 1944 und er möchte eigentlich überhaupt nicht zur Waffen-SS. Er muss dann in das Deutsche Reich und wird dort ausgebildet an der Waffe und am Anfang macht das noch so ein bisschen Ausflugscharakter, weil sie noch nicht von der Front betroffen sind. Das ändert sich natürlich mit den ersten Einsätzen, indem auch Bekannte von ihm, mit denen er früher Fußball gespielt hat, etc. einfach mal getötet werden und er dann sehr schnell immer weniger bekannte Leute um sich rum hat und sehr schlecht natürlich mit der Situation zurecht kommt. Der Band legt sehr viel Wert auf so Details wie zum Beispiel die Tätowierung, also wir wissen ja die SS und die Waffen-SS, die hatten so Tätowierungen mit ihren Blutgruppen und im SS-Zeichen und ja, sagt sein Kumpel, der eigentlich sehr froh ist dabei zu sein, der sagt das ist ja super, wenn die unsere Tätowierung sehen, dann kriegt mir bevorzugt Blutkonserven und so weiter und so fort und dann geht denen aber auf, dass das vielleicht der Fall sein kann, dass es aber, wenn du in Feindeshände gerätst, dass dann relativ klar ist, dass du kalt gemacht wirst, weil du halt als besonders fanatischer Nazi auch giltst und das will der Marcel grob natürlich eigentlich nicht, aber die, wie soll ich das sagen, perfide Taktik der Nazis war ja zu diesem Zeitpunkt auch, ja, ihr könnt natürlich fliehen, also wenn der Marcel grob geflohen wäre, das hätte er versuchen können, wenn er es geschafft hätte, dann hätte man aber seine Familie dafür büßen lassen im Elsass, also er hat dann noch Geschwister und so weiter und seine Eltern, die auf dem Bauernhof gearbeitet haben und die wären dann möglicherweise in ein Lager gekommen und getötet worden und so hat er diesen Kampf weiter aufgenommen, ist auf verschiedenen Plätzen innerhalb von Europas eingesetzt worden, sehr, ja, also so detailliert bin ich nicht in der Geschichte, dass mir das alles klar war, zu welchem Zeitpunkt das jetzt die sinnvolle Betätigung war, weil für mich sieht es relativ willenlos aus und zum Schluss ist er dann natürlich auch in Italien und wir wissen ja, dass Mussolini, also der Duce, sich ja, das Kriegsende so nicht erlebt hat, wie er es gern erlebt hätte und dass auch die Italiener von der Besetzung dann von den Deutschen, die ja erst Verbündete waren und dann immer mehr als Besetzer empfunden wurden, nicht begeistert war und dass da eine sehr große Anzahl von Partisanen gab und exakt das war die Aufgabe der Waffen-SS, dass die Partisanen angreift, aber man hat natürlich auch Exempel statuiert, also das heißt, wenn irgendeine Kolonne angegriffen wurde, dann kam es sehr oft vor, also ich habe der Wikipedia Artikel, da hätte auch ein Buch draus werden können, da war es offensichtlich so üblich, wenn du meinen LKW angreifst, dann erschieße ich einfach mal 100 Leute von der Zivilbevölkerung und so wird auch der Marcel Grob in einen Massaker, was relativ bekannt ist, weil es halt mehrere hundert Menschen betroffen hat, nämlich das in Marzabotto herangezogen und wo einfach die Zivilbevölkerung erschossen wird, mit Handgranaten auseinandergenommen wird, also wirklich dunkelstes Kapitel überhaupt, was natürlich mit Krieg oder so in dem Sinne überhaupt nichts zu tun hat, es ist einfach nur ein Massaker an Unbeteiligten gewesen und in dieses Massaker wird er halt mit reingezogen und ja, der Aufmacher von dem Comic ist so ein bisschen, dass es später jemand rausfindet, also als er eigentlich schon ein alter Mann ist, findet jemand raus, dass der Herr Grob ein Soldbuch von der Waffen-SS hat und beginnt ihn so zu vernehmen und anhand dieser Vernehmung entspinnt sich dieser ganze Band. Das Ganze wird auch wiederum abgerundet durch einen geschichtlichen Teil, das war ja bei dem ersten Band, den ich vorgestellt habe, nicht, da muss man sich das alles irgendwie selber aus dem Netz zusammensuchen, hier hat aber ein Historiker, der Christian in Grau hat mehrseitige Anhandlungen geschrieben zur SS, zur Waffen-SS und zu Nürnberger Prozessen auch und das ist einfach nur runde Sache dieser Band. Also erstens auch hier hat es mich wieder dazu geführt, dass ich einfach vieles recherchiert habe. Ich habe einen YouTube-Kanal gefunden von einem Mark Felton, das ist ein Brite, der diese ganzen Fakten, die man jetzt nicht so aus also ich zumindest nicht aus meinen Schulgeschichte oder trotz dass ich mich eigentlich für das Thema schon stark interessiere gewusst habe, diese ganzen Waffen-SS Arten einfach mal zusammengefasst und also nein, es ist auch keiner, der gesagt, das war super, was die gemacht haben, sondern er recherchiert einfach nur und vergleicht und sagt, das und das wurde da gemacht und so, also es ist wirklich sehr guter Kanal, Mark Felton auf YouTube, kann ich empfehlen, wenn man sich so ein bisschen da geschichtlich informieren möchte und ja, wie immer von Splitter auch hier sehr gut gemacht, großformatige Hardcover-Band, da kann man nichts falsch machen, wenn man sich für die Geschichte interessiert. Während der Zeichnung kauft natürlich niemand so ein Band mit so einem Thema, ich fand die Zeichnung gelungen, ich hatte lediglich ein Problem, verschiedene Soldaten auseinander zu halten, also das, er hat, glaube ich, schon relativ akkurat Uniformen, Fahrzeuge und sowas dargestellt, aber die Gesichter von den Leuten, die haben sich bei mir leider nicht so eingeprägt, also deswegen hatte ich etwas Probleme manchmal zu verstehen, welcher Soldat welche Aufgabe da halt erfüllt und ja, ansonsten besondere Auffälligkeit, die Episoden, die in der in der Gegenwart spielen, die sind computerkoloriert, komplett flächig, also das einen Oberteil hat eine komplette Farbe, da ist keine Nuance, kein Schatten drin und wenn er in die Vergangenheit geht, dann wird das Ganze halt pastellig, ist halt auch nicht vollfarbig, sondern halt wirklich immer so Pastelltöne und ja, dadurch weiß man aber genau in welcher Zeitebene man dann auch ist. Eigentlich weiß Zweiter Weltkrieg, da bist du jetzt thematisch auch nicht unbedingt nur so dabei, aber so ein bisschen schon und so und ich habe auch eine ungefähre Ahnung, wie die Antwort auf die folgende Frage aussehen wird, aber erzähl doch mal, wäre das ein Comic, den du dir vielleicht mal genauer angucken würdest? Jetzt möchte ich fast raten, was du glaubst, was meine Antwort ist, also das ist auf Empfehlung, also dadurch, dass wenn der Breedstorm das empfiehlt, dann würde mich das interessieren, das ist jetzt nichts, was ich so selber zwingend auf dem Schirm habe, das ist jetzt nicht so da, wo ich gezielt nach suche und klar, ich müsste dann mal reinblättern, Breedstorm hat ja drüber gesprochen, so mit den unterschiedlichen Zeitebenen und Zeichenstilen etc. Also auf Empfehlung klingt das ganz interessant, nicht zwingend mein eigenes Kerninteresse, ich glaube, das hast du auch vielleicht so ungefähr mit gemeint, Andi. Ja, vielleicht schon. Und Patrick, deine Meinung? Also wenn ich es auf Empfehlung Breedstorme, dann würde ich da wahrscheinlich auch reinlesen, der Breedstorm kann es ja wirklich schön rüberbringen, also mit denen ist es immer wieder so ein bisschen Geschichtsstunde und er vermittelt das auch so, dass man das jetzt alles nicht ganz, dass man das mit versteht, wenn man nicht ganz so zu 100% in der Materie drin ist. Aber wie wir jetzt schon rausgehört haben, er hat sich da auch eingelesen, hat sich da auch reingefriemen mit diversen YouTube-Channels und so. Meine Frage wäre, hätte man das alles auch ohne diese Zusatzinfos, die du dir erarbeitet hast, noch großartig verstanden? Ja, also es reicht zu wissen, dass das Elsass immer mal wieder gewechselt hat zwischen Frankreich und Deutschland und dass es eine Waffen-SS gab. Der Rest wird eigentlich auch in dem Band gut erwähnt, speziell durch die historischen Seiten am Schluss, das sind noch mal ein paar Seiten, die ein Historiker da namens Christian in Grau in diesen Band mit eingebracht hat. Also im Gegensatz zu dem Spanienband von Paco Roca, da gibt es sowas nicht, wahrscheinlich, weil es das auch in der Vorlage nicht gab, kann man hier komplett offline sich näher mit dem Thema beschäftigen. Man muss das auch nicht lesen. Also die Nürnberger Prozesse zum Beispiel, die sind ja kurz angerissen in diesen Erläuterungen, das ist nichts, was in diesem Band stattfindet. Und man kann, aber man muss nicht, das ist das Schöne. Der Andi aus Nürnberg hat ja immer so ein bisschen Probleme, wenn es sehr textlastig wird in so einem Comic, das ist hier am Schluss auf jeden Fall so, dass das halt eher ein Geschichtsbuch wird, die letzten paar Seiten allerdings nur. Und das kann er aber auch weglassen, wenn er das einfach möchte. Also kann man sich darüber hinaus mit der Materie befassen, aber man kriegt auch so genug mit. Ja, dadurch, was er erlebt und auch aus dieser Vernehmungssituation, also es gibt jemand, der ihn dann dazu befragt, wie das eigentlich gekommen ist. Also man hat ja seinen, seinen, seinen Soldausweis gefunden, wo Hakelein aufgelistet war, in welchem Truppenteil er sich gerade befand und wo er stationiert war. anhand dieser Befragung wird ganz klar, was ihm widerfahren ist und dadurch wird viel rübergebracht. Also dieses, das hat ja sogar im Französischen einen eigenen Namen, also die, die aus Elsass-Lothringen und ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Saarland ist, aber diese, diese Malgrenu heißt das, also gegen unseren Willen, also Leute, die gegen ihren Willen eingezogen wurden und wo man die Familien quasi als, als, als Faustpfand genutzt hat, um zu sagen, ja du kannst zwar fliehen, aber wenn du fliehst, dann geht es deiner Familie schlecht und deswegen haben die dann weitergekämpft. Okay, ist jetzt natürlich, ist jetzt natürlich kein, kein Feelgood-Thema, aber es ist halt natürlich immer die Sache, warum, das ist das Schöne, dass ich mich mit Comic, also Comic, dass es so ein breites Feld ist, dass ich mich einfach nur unterhalten kann mit irgendeiner spannenden Superhelden-Geschichte. Ich kann mich geschichtlich informieren, ich kann Autobiografien lesen und das ist ja gerade das Schöne an unserem Hobby, dass da jeder so ein bisschen was finden kann, was er gut findet und dass es da sehr oft dann Überschneidungslinien gibt. Ja, vor allem klemmen wir, glaube ich, alle in irgendeiner Form auch der Optik, dem Artwork, diesen, ja, als Panels letztlich was abgewinnen, denn irgendeine Faszination wird das ja in uns auslösen, dass das so ein bisschen auch das verbindende Glied ja all dieser Geschichten letztlich ist und deswegen würde mich auch persönlich mal interessieren, was unsere Hörer denn dazu sagen, ob die da so einen Zugang zu solchen Themen über zum Beispiel das Medium Comic finden können. Ja, würde es mich. Lieber Patrick, mach doch mal weiter. Okay, wir waren ja im Oktober und jetzt kommt von mir Don't Touch It von Timo Grubing. Das ist eine Horror Story, wie so viele Horror Stories, die ich hier bei den Cookies vorgestellt habe, ist das auch schwarz-weiß-grau mit so ein bisschen Farbtupfern zumindest am Cover und es geht hier darum, dass Tobi vermisst wird. Tobi Langelahn und seine Schwester zieht jetzt bei Benji ein und sie ist total seltsam. Sie führt Selbstgespräche mit so, man weiß nicht, ob es mit sich ist oder mit diesen komischen Vieh, dass die in so eine Glasglocke mit sich trägt. Das ist wie so eine Art Wurzel mit Gesicht. Die hat sie unter so einem Glas und damit läuft sie rum. Also schon mal superschräger Einstieg in die Sommerferien, auf die sich Benji eigentlich gefreut hat und das alles wird jetzt durch die Ankunft von dieser Schwester Lori so ein bisschen beeinträchtigt beziehungsweise torpediert und wir haben halt zusätzlich noch diesen vermissten Fall und man weiß nicht, sind da Zombies, wer ist dafür verantwortlich, dass Kinder verschwinden. Er weiß nur, dass diese Lori irgendwie was Seltsames an sich hat und sie sagt auch, er soll dieses Wesen beziehungsweise das Glas mit diesem seltsamen Vieh nicht anfassen. Und ja, dadurch entsteht ein sehr seltsamer Horrorsommer. Das ist von Zwerchfell kostet 16 Euro und das ist die erste und einzige Horrorstory bisher von Timo Grubing. Dadurch, dass es schwarz-weiß ist, merkt man nicht, dass es so 80er Jahre wahrscheinlich sein sollen, aber ungeachtet dessen könnte das auch sonst was spielen. Wir haben hier die idyllische Kleinstadt, unter deren Oberfläche ist ziemlich brodelt. Wir haben hier ziemlich viele seltsame Vorkommnisse und die Locations, die sehen hier so richtig schön abgeranzt und verbraucht aus, also das unterstreicht richtig gut das Horrorfeeling und wäre dann nicht so dieser Body-Horror-Aspekt, würde ich sogar sagen, das wäre ein Horrorcomic, den kann man sogar Kindern empfehlen. Jetzt sage ich das so mit Anschränkungen, ja, man kann das vielleicht so zwölfjährigen Kindern empfehlen, die ein bisschen was abkönnen, weil da kommen halt wirklich so schöne wiffingartige John Carpenter Vibes auf. Man merkt, was hier zitiert wird, aber die Art, wie es erzählt wird, die macht eben Stimmung. Das schwarz-grau weiß sorgt halt für eine richtig schöne Horroratmosphäre und man will eben auch wissen, was geht da jetzt in dieser Stadt vor, äh, vor, und hier haben wir wahrscheinlich auch wieder eine Story, eine Horrorstory, die in Deutschland spielt, was auch so gesehen mal wieder eine Seltenheit ist. Den lieben Timo, den durfte ich ja persönlich kennenlernen, beim Comicpark in Erfurt, dort hat er ausgestellt, beziehungsweise war einer der wenigen Comiczeichner vor Ort und der ist nach eigener Aussage ja vor allem eher Illustrator für Kinderbücher, sodass das hier wirklich die Ausnahme ist und ich finde es auch generell cool, dass er dann in der Form was macht und ich glaube auch, er hat gesagt, das Ding wäre tendenziell was für Kinder. Es ist interessant, dass du das jetzt noch ein bisschen einschränkst, was das Alter angeht. Nein, es gibt halt Kinder, die eine lebhafte Fantasie haben, da ist es vielleicht ein bisschen weniger und ist halt auch ein bisschen Body Horror, den er richtig schön unangenehm gezeichnet hat, aber ich würde es prinzipiell auch Kindern empfehlen, aber blättert da rein, also ich würde sagen, wenn das eine Mutter einem Kind schenken will, dann sollte sie da mal besser reinblättern, wir haben nicht umsonst da gewisse Skandale, dass da Mütter ihren Kindern Texas Chainsaw Massacre oder so vorsitzen und sich dann wundern, hä, wieso ist denn das Kind jetzt so verschreckt, das meinte ich damit. Das ist übrigens ein Comic, genau wie der andere Comic, den du vorgestellt hattest, auch einer, der auch den E-Com gewonnen hatte, also heute ist irgendwie auch deine E-Com Preisrunde. Das ist zufällig, das hat so nichts damit zu tun. Das sieht schon wahnsinnig interessant aus und ist glaube ich auch was, was man, wenn man mal vor Ort ist irgendwie und der Timo ist auch da, sich gern mal signiert mitnehmen kann. Mich interessiert's, Andi, wie sieht's bei dir aus? Ist das was für dich, weil das jetzt schon vielleicht eher so ein bisschen kindlicher auch ist? Ich wollte den eigentlich auch schon längst gelesen haben und habe ich noch nicht. Ich habe den in der Ankündigung damals mitbekommen, selber als Beichfeld rausgekommen und fand den optisch interessant, also mir hat er optisch gefallen vom Zeichensiedel her und dann bin ich ja bei Horrorgeschichten auch gerne nicht nur gewählt, sondern quasi schon innerlich gezwungen, mal einen zweiten Blick hinzuwerfen. ja genau. Ja, aber ich habe ihn leider noch nicht gelesen, aber das ist wahrscheinlich so ein Comic, wenn er in Erlangen stattgefunden hätte, hätte ich den bestimmt bei Zweichfeld mitgenommen. Wo kam der 2019 raus, glaube ich? 2018. 18 noch, okay, ja keine Ahnung, also der kam zu einem Zeitpunkt raus, wo ich irgendwie gerade nicht eingekauft habe offensichtlich. Ja, deswegen noch nicht gelesen, möchte ich noch. Aber ich finde es halt schön, dass da wirklich, okay, da kann man sagen, das ist dann für Kinder, dass das so leichte, kinderartiges Dean King, John Carpenter Vibes hat, was ich halt auch klasse finde da dran. Und ich mag ja auch Kinderbuchillustrationen total gerne, also das ist ja ein Bereich der, also ich mag ja an sich, ich mag ja einfach Zeichnungen, nicht nur sequentiell, sondern auch Illustrationen und da ist der Kinderbuchmarkt natürlich einer der größten Märkte in Deutschland für gezeichnetes und da gibt es wunderbare Sachen, da gibt es ganz tolle Illustratorinnen, also ich gucke auch in der Buchhandlung gerne so ein bisschen in der Jugendbuch- und Kinderbuchabteilung rum, einfach nur um mir Cover oder auch wirklich, ja, klassische Kinderbuchillustrationen anzuschauen, da gibt es ganz tolle Sachen, von daher ist das nichts, was mich irgendwie abturnen würde, wenn ein Comic da auch ein gewissen Stil aus der Ecke mitbringt. Aber das ist auch gerade das, was ich meinte, Andi, dass wir glaube ich alle so ein bisschen einen Zugang haben zu diesem Optischen und das spannend und faszinierend finden und darüber dann letztlich den Zugang in verschiedene Genres und auch eben ja einfach Geschichten finden, das ist das, was ich gerade meinte, genau. Ja, generell auch die Empfehlung dem Timo Grubing mal auf Instagram zu folgen, der macht nämlich auch so Zombifizierungsgeschichten, gerade auch, wenn man ihn vor Ort irgendwo trifft, das kommt wohl ganz gut, dass du dich halt von ihm als Zombies zeichnen lassen kannst und das sieht im Regelfall ziemlich beeindruckend aus, er deckt da auch dann ganz klassische auch Bösewichte aus dem Horror-Genre ab und so, kann ich sehr empfehlen. Ich habe hier gerade die Anzeige gelesen, er zeichnet dich oder dann Katze ist von mir und trinkt mit dir dabei ein Bier, also das klingt echt gechillt, was er da macht. Nice, was vielleicht auch nice sein könnte und mich tatsächlich sehr interessiert, ist das, was der Andi uns jetzt vorstellen wird. Was hast du da am Start? So, jetzt, wenn wir schon von Zeichnungen reden und von toller Illustrationen, kommen wir hier zu einem Comic, der mich begeistert hat wie lange nix. Mechanica Celestium von Mervan, einem französischen Zeichner. Ist in Deutschland erschienen bei Schreiber und Leser 2020 und 2019 im Original bei Dargaux und die deutsche Übersetzung ist von Riesel Rebisch. Ich habe den, keine Ahnung, über irgendeine Ankündigung mal mitbekommen. Sah ganz interessant aus. Ich habe jetzt dann auch festgestellt, so in der Recherche, wäre vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber so ein bisschen beim Recherchieren von Mervan mitbekommen, dass dieser Comic auch letztes Jahr so in der deutschen Comicpresse sehr gut besprochen wurde. Also der tauchte mehrfach auf, auch auf irgendwelchen besten Listen und der ist mit viel Wohlwollen entgegengenommen worden letztes Jahr und vollkommen zu Recht meiner Meinung nach. Ich war vor kurzem in Berlin und habe mich da mit Bela Sobotke getroffen und der hat mich dann da noch in den Kreuzberger groben Unfug geführt, zu seinem Stammcomic-Laden, in dem ich noch nicht war und da kam mir der wieder in die Hände. Vor allem kam mir erstmal in die Hände der neue oder die deutsche Neuveröffentlichung von Mervans Comic-Punk hat. Der ist im Original älter, der ist früher erschienen in Frankreich als Mechanica Celestium, kam aber in Deutschland später raus, also jetzt dieses Jahr. Und ich habe in den reingeblättert, habe den aus dem Regal genommen und direkt dahinter stand auch der Mechanica Celestium und habe ich das Cover gesehen und dachte mir, ja stimmt, ja den hatte ich ja auch schon mal irgendwie wahrgenommen, fand ich ja auch interessant. Habe aber mir den in den Punk-Cut reingeblättert und dachte mir, okay, der sieht aus wie den muss ich lesen. Habe den in dem Moment nicht mitgenommen, aber habe dann, als ich wieder in Nürnberg war, auch mal wieder in die Bibliothek geschaut und den Punk-Cut hatten sie noch nicht da, der kommt noch, aber den Mechanica Celestium, also habe ich den mitgenommen. Ich, wie gesagt, begeistert ohne Ende. Kurz zur Geschichte, es ist eine in gewisser Weise, kann man sagen, dystopische, bisschen Battle Royale-Geschichte, ist ja gerade in aller Munde, gibt ja so eine Netflix-Serie, die da relativ erfolgreich ist, die da auch mit dem Thema spielt. Es ist eine leicht Fantasy-angehauchte, leicht Science-Fiction-angehauchte Geschichte, was man bei so Dystopien ja auch gerne mal hat. Es geht um das kleine Land Pan, dem geht es wirtschaftlich nicht so gut, die leben hauptsächlich vom Reisanbau, aber wie das bei solchen Geschichten ist, der Anbau, es kommt nie genug bei rum. Da kriegt es dann auch so eine glorreiche Sieben-Komponente, da kommt dann so das Nachbarland und da gibt es noch Piraten und die sagen dann hier, ihr müsst uns noch was abgeben von eurer kargen Ernte und dann sagen die Bewohner und Bewohnerinnen von Pan, ja, aber uns geht es doch eh schon schlecht. Und dann kommt man noch auf die Idee, für solche Konflikte gibt es auch noch das Mittel der Mechanica Celestium. Wir müssen uns hier jetzt nicht bekriegen, sondern wir tragen das jetzt im sportlichen Wettkampf aus und dann wer da gewinnt, entsprechend, also wenn die Bösen gewinnen, dann müssen wir irgendwie unseren Reis abgeben und wenn wir gewinnen, dann müssen wir das nicht und dann geht es uns besser. Die Hauptfigur ist eine junge Dame namens Asta, die eine Non-Pan ist, also die lebt so am Rande von Pan, gehört aber nicht so richtig mit dazu, ist zwar befreundet mit ein paar Leuten da, aber darf eigentlich da nicht so richtig in die Stadt und nicht so richtig teilnehmen. Wir kriegen ein bisschen was mit so vom politischen Gebilde in Pan, da gibt es dann irgendwie Oberhäupter, die gewählt werden, da gibt es dann auch so eine Familie, die für die Schichte relevant wird, so ein ausgestoßener Sohn, der dann wiederkommt, um bei diesem Wettkampf auch wichtig zu werden und das ist so grob die Welt. Der sportliche Wettkampf, der dort ausgetragen wird, ist quasi Völkerball, also eine relativ simple Angelegenheit. Diese Welt-Pan, dieses Örtchen-Pan, Land, ich weiß gar nicht so ganz genau, haben das aber noch nie gemacht. Die kennen sich da nicht aus, die haben keine Ahnung, wie dieses Spiel gespielt wird, haben keine Athleten. Das heißt, sie müssen so eine Mannschaft zusammenstellen, die in diesem Wettkampf dann antritt. Sie nehmen dann eben Aster, diese Non-Pan da mit rein, dieser verstoßene Sohn, der wiederkommt, ist da mit drin und dann eben noch so ein paar andere Leute, die sich halt rausstellen, das werden wohl so die geeignetsten sein dafür. Die müssen dann aber, wie gesagt, dieses Spiel dann auch erst lernen und im Laufe des Comics werden drei Runden ausgetragen von diesem Spiel, also quasi Gewinner, Best of Three. Die erste Variante ist noch relativ simples Völkerball, wie es wahrscheinlich die meisten von uns irgendwie auch in der Schule mal gespielt haben. Die zwei Matchen stehen sich gegenüber, es gibt abgetrennte Felder und ein Ball wird hin und her geworfen. Von Runde zu Runde eskaliert dieses Spiel immer weiter, vor allem, weil die gegnerische Mannschaft natürlich top trainiert und auch top ausgerüstet ist, die kommen dann irgendwann auch noch so quasi mit Kriegsgerät, also das Spielfeld wird immer ausgefeilter, also das ist dann irgendwann mehr so ein, wir jagen uns durch so verlassene Gebäude und Landschaften, also es wird nicht mehr einfach nur so quasi diese Turnhalle oder dieses Spielfeld, wie es am Anfang ist, sondern es ist dann eher schon so, wirklich so, ja, wie so eine verlassene Stadt und wie gesagt, es kommen dann tatsächlich auch Gerätschaften hinzu, also es gibt dann plötzlich Schusswaffen und sogar Panzer und solche Geschichten. Das Spiel wird also immer extremer, aber es bleibt immer noch Völkerball, also die bringen sie jetzt nicht um dabei. Und klar, also die, unsere Mannschaft quasi, unsere Pan-Mannschaft wird auch besser dabei und es stellt sich raus, wer in was besonders gut ist und so. Aber das ist so die Grundstruktur, ist so dieser Wettkampf und der Band ist dann da auch abgeschlossen mit einem bestimmten Ergebnis. Soweit ich weiß, arbeitet Merwan gerade wieder an einer Geschichte, die auch in dieser Welt spielt, aber dieser Band Mechanica Celestium kann als abgeschlossene Geschichte gelesen werden. Was aber trotzdem sehr interessant ist, dass die Geschichte auch viele Leerstellen lässt. Also es wird nicht alles vollkommen aufgelöst. Es gibt so Beziehungen zwischen verschiedenen Figuren, die nicht endgültig aufgelöst werden. Es gibt ja so gewisse Elemente, die auftauchen, die so fürs Worldbuilding was beitragen, wo man sich denkt, da könnte noch mehr Geschichte dahinter stecken, da könnte mir noch was erzählt werden, was aber in diesem Band jetzt so nicht passiert. Und das finde ich sehr, sehr interessante Sache, weil es die Welt auch reicher macht, wenn man merkt, da ist noch mehr als nur die Geschichte, die mir erzählt wird, sondern da sind noch weitere Geschichten angedeutet, die mir nicht erzählt werden. Aber ich merke, da ist noch mehr. Also die Welt wird ausstaffiert und wird größer, wird weiter. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Sehr interessant zum Beispiel auch die Figur Aste. Die hat immer so einen Fuchsschwanz irgendwie am Gürtel. Und das wird auch irgendwann mal kommentiert von irgendwelchen Nebenfiguren, dass sie da diesen Fuchsschwanz hat. Es wird aber nicht erklärt, warum sie den da hat und was das soll. Und was einfach nur ein modisches Element ist oder ob der irgendeine Funktion hat und was es damit auf sich hat. Aber es gehört einfach zu dieser Figur mit dazu. Und ich finde, das sind so kleine Details, die Figuren auch in einer Art spannend machen. Ich bringe mal ein Beispiel. Ich habe den Film Midnight Special von Jeff Nichols vor einigen Jahren angeschaut. Michael Shannon, Adam Driver, Joel Edgerton sind da drin, Kristen Dunst. Und die Figur von Joel Edgerton, der ist eigentlich auch so eine Nebenfigur, der hat immer in der Jeans hinten so ein paar Arbeitshandschuhe stecken. Der nimmt die niemals raus aus der Tasche, der hat die aber immer mit dabei. Und das war so ein kleines Element, wo ich mir dachte, das macht diese Figur irgendwie interessant. Also das ist so ein weiteres Element, das irgendwie so ungewöhnlich ist, dass man jetzt nicht an jeder Figur sieht, das irgendwie diesen Charakter anreichert, auch wenn es für die Handlung so diese Handschuhe niemals eine Rolle spielen. Und ich habe dann in irgendeinem Interview auch mal gelesen, wenn ich mich recht ansinne, dass Joel Edgerton das quasi für seinen Charakter einfach so beschlossen hat, dass er das cool findet, wenn er einfach immer so diese Handschuhe irgendwie in der Tasche hat. Und so ähnlich ist es mit diesem Fuchsschwanz bei Asta eben auch. Also Mervan macht da sehr, sehr viel richtig. Die Geschichte selber, wenn man so Dystopien natürlich schon einige gelesen hat oder gesehen hat und auch solche Battle Royale-Geschichten irgendwie schon kennt, da sind natürlich gewisse Tropen mit dabei. Hey, das ist jetzt nicht das Originellste, was man noch nie gelesen hat. Darum würde ich diesen Comic jetzt nicht vordergründig empfehlen. Ich finde die Geschichte durchaus interessant und gut erzählt und so. Das passt alles. Also ich möchte das jetzt nicht negativ reden. Aber man kann natürlich, wenn man kritisieren möchte, kann man natürlich sagen, naja, so eine Art von Geschichte kenne ich schon. Aber was die zeichnerische Gestaltung angeht, lasse ich auf den Comic nix kommen. Der hat eine Dynamik, das ist vom Allerfeinsten. Wir reden hier ja von einem Sportcomic in gewisser Weise. Und gerade die Bewegung von diesem Spiel, also wenn Bälle durch die Gegend fliegen, wenn Figuren werfen oder fangen oder abgeworfen werden, wenn sie rennen, da ist Merwan meiner Meinung nach ein Meister in der Darstellung von diesen Bewegungen. Ich habe in den letzten Jahren irgendwie so eine kleine Obsession irgendwie dafür entwickelt, gerade was Faustschläge im Comic angeht. Ich mache öfter mal, wenn ich einen Comic lese und da ist ein guter Faustschlag drin, mache ich ein Foto davon und schicke das irgendwie an einen Freund, weil der das schon weiß. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich da irgendwie meine Sammlung anlege. Und deswegen hat mich auch der Punkart-Comic so interessiert, weil da geht es tatsächlich um Kampfsport. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Und das war, als ich in den Comic reingeblättert habe, ist mir das da eben schon aufgefallen, wie dynamisch diese Körperbewegungen da dargestellt sind. Und das ist bei Mechanica Celestium eben tatsächlich ganz genauso. Also da ist jede Seite ist einfach ein wahrer Genuss. Also was die Seitengestaltung angeht, was die Zeichnung der Figuren angeht, auch was die Farbgebung angeht. Na ja, man macht das alles, als Solo-Künstler macht das alles alleine. Macht tolle Designs und dann aber eben tatsächlich auch das sequentielle Erzählen und eben diese Dynamik der Bewegung in den Comics. Hat mich vollkommen weggehauen. Also wie gesagt, ich habe den mit einem riesigen Genuss gelesen und hatte das Gefühl hier, da ist ein neuer Comic-Künstler in mein Leben gekommen, der eine Lücke gefüllt hat oder der was angereichert hat in meinem Comic-Lesen, das mich glücklich macht. Also ich möchte einfach immer nur noch Mehrwarenseiten anschauen und ich checke jetzt schon ständig irgendwie so, wann die Nürnberger Stadtbibliothek den Punkart-Comic mal hat, dass ich den immer ausleihen kann. Vielleicht kaufe ich ihn auch einfach selber. Ganz, ganz große Empfehlung. Also jeder, der vor mir diesen Comic schon in Zeitungsrezessionen oder online irgendwo empfohlen hat, möchte ich einfach nur einen dicken Haken dransetzen und das nochmal unterstützen. Also wer den noch nicht gelesen hat, Mechanica Celestium oder vielleicht jetzt auch an Punkart interessiert ist, auch wenn ich den bisher noch nicht gelesen habe, einfach Merwan als Künstler. Ganz, ganz, ganz starke Empfehlung. Ich kann es nicht geringer sagen als so. Meine Begeisterung muss jetzt einfach auch mal, ich muss einfach mal aufhören damit. Ich wiederhole mich, ich weiß das, aber es ist einfach, es muss aus mir raus. Andi, du hast gerade gesagt, du bist interessiert, was... Auf jeden Fall. Das Ding sieht doch super aus. Du hast jetzt hier von dieser Dynamik gesprochen und ich habe mir die Leseprobe mal angeguckt. Das Ding ist ja, in der Leseprobe sehen wir so eine Fluchtszene. Vermutlich hat die Person, die da gerade flieht, den Ball um uns weg. Und da ist nahezu kein Text drauf und du kannst, das wirkt, das wirkt so stark. Auch, hat klar, echte, kartuneske Anflüge. Aber ist super krass dann auch, weil dann auch so eine Szene im Moment kommt, wo er wohl irgendwo gegenprallt und so. Das sieht echt toll aus. Wirklich sehr dynamisch. Also das ist halt, es wirkt schnell. Es wirkt einfach nach Sport, so wie du es ja auch beschrieben hattest. Und das ist echt eine tolle Sache. Also ich habe da mega Bock drauf. Auch dieser Sci-Fi-Aspekt, der dann da irgendwie eine Rolle spielt und so, spricht mich wirklich sehr an. Und es sind ja auch eine Menge Seiten. Dann ist da auch durchaus mit beschäftigt oder warst du da innerhalb kürzer Zeit durch? Ne, das ist schon ein anständiger Brocken. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Seiten es sind. Ich habe den Band jetzt auch nicht mehr neben mir. Es ist ein schön gemachtes Hardcover auch von Schreiber und Leser. Also ne, man kriegt da durchaus was für sein Geld, was die Aufmachung des Comics angeht, aber auch was den Umfang des Comics angeht. Und das ist aber auch so ein Comic, auch selbst wenn es auf manchen Seiten eben vielleicht nicht viel Text hat, weil natürlich so die sportliche Darstellung im Vordergrund steht. Man kann einfach auch wirklich viel Zeit mit den Zeichnungen und mit den Seiten verbringen, ohne dass man jetzt Buchstaben lesen muss. Also das wirklich bildliches Erzählen steht hier da auch im Vordergrund. Man wird richtig reingezogen in die Szenerie, in das Geschehen. Also das ist auf jeden Fall sein Geldwert. Ja, interessant auch, dass du Punkcut erwähnt hattest. Das sieht etwas Manga-esk aus, was ich hier in der Leseprobe sehen kann. Ich würde es an der Stelle auf jeden Fall sehr gerne auch den lieben Breedstorm fragen, wie er es gefunden hat. Aber wie ihr vielleicht schon zu Beginn der Aufnahme gehört habt, ist seine Stimme und sein Gesundheitszustand jetzt nicht so richtig top. Deswegen musste er sich leider verabschieden. An der Stelle liebe Grüße und Tschüss an den lieben Breedstorm. Und deswegen reiche ich die Frage gleich direkt weiter an den Patrick. Also bei dir kann ich mir echt gut vorstellen, dass du mit Mechaniker Celestium was anfangen könntest. Für mich hat dieser Zeichensstil auch fast schon franco-belgische Vibes. Da ist eine Detailverliebtheit, ohne dass das zu starr aussieht. Die Action wird gut rübergebracht. Und das hat halt wirklich so eine richtig schöne Dynamik. Dazu noch das Thema. Also ich bin da auch direkt angefixt. Nur schon beim bloßen Durchblättern, bei der Google-Bildersuche und bei der Leseprobe. Diese Probe hat mich auch sofort angesprochen. Also ich denke, das wird zu der geheimen Tipp, mit denen wir hier alle aus der Folge rausgehen werden wahrscheinlich. Auch dieses, allein schon die Idee des Völkerballs, Völker gegeneinander antreten lassen, das Ganze in ein Kriegsszenario zu packen, ist schon geil. Aber ich könnte mir halt, ich finde es halt irgendwie, du hast gemeint, es bleibt Völkerball, es wird nicht blutig. Fast schon schade, oder? Ja, aber wie gesagt, es eskaliert einfach trotzdem in der Art, wie das Spiel gespielt wird. Also es wird schon extremer. Also das ist absolut gegeben. Aber es verkommt jetzt nicht, also es ist eben nicht Squid Game, dass jetzt dann viel Blut fließt dabei oder so. Also ich würde diesen Comic Squid Game auch bei weitem vorziehen. Ich will das jetzt nicht zu einer Squid Game Kritik ausweiten, aber nee, also ich finde die Eskalation, die dort betrieben wird innerhalb dieser Welt, auch vollkommen in Ordnung und auch gut. Also ich habe jetzt an keinem Punkt irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwas zu vermissen, was jetzt Gewalt angeht. Dann kommen wir hier zur letzten Vorstellung dieser Runde und da geht es um die Hefte. Zombieman 1 bis 5 erschienen beim Weißblech Comics Verlag und das Ganze war auch so ein bisschen Vorbereitung, denn wie ihr vielleicht wisst, kommt da demnächst vielleicht irgendwie irgendwo ein längeres Interview mit dem Levin Curio, der hier auch allein verantwortlich ist für die Zombieman Hefte. Ich habe mir die 5 Dinger, das sind die aktuellen, die es gibt, mal auf einen Schlag bestellt und hatte da so ein bisschen Bock drauf, weil hey, Superhelden aus Deutschland mit diesem besonderen Zombie-Quasi-Gimmick ist jetzt ja auch nicht das Schlechteste, was ich mir hätte vorstellen können. Wir könnten jetzt hier diverse Superhelden der letzten Zeit aufzählen, die aus Deutschland kommen, aber Zombieman hat eben noch insofern diesen internationalen Ansatz, dass es hier zwar in Deutschland spielt, aber eigentlich überall spielen könnte und naja, es geht halt hier eben um diesen Zombie-Aspekt. Ich hatte da Bock drauf und habe mir das ganze Ding auch gegönnt und will auch gleich sagen, dass ich da immer besser reinkam. Das sind 5 Hefte, bei denen ich das Gefühl habe, man muss sich ein bisschen durch die ersten beiden, vielleicht ersten 3 arbeiten und wenn man das dann getan hat, dann kommt man auch mit diesem Erzählstil klar, den Levin Curio ja letztlich auch in anderen Serien nutzt. Das ist sehr viel erklärend, es gibt Momente, wo gefühlt zu viel Text drin ist und auch so die Worte, die er nutzt, das wirkt ein bisschen sperrig, ist aber irgendwie auch cool, wenn man, wie gesagt, einmal in diesem Flow drin ist. Ja, Zombie-Man, worum geht's? Es geht um genau das, was vorne drauf steht. Ein Typ, der stirbt und der kommt als Zombie wieder und hat Superkräfte. Warum stirbt er? Er ist ein Versuchsobjekt und zwar nicht irgendein Versuchsobjekt. Er ist in, ähm, bei Monnier heißt dieses Unternehmen, der, kommt der Martin Morbus, ein Dude, der gerne Computerspiele spielt, bei seinen Eltern wohnt, ein bisschen pummelig ist, Brille trägt, durch und durch ein Nerd ist. Ne, Quatsch, nicht bei seinen Eltern wohnt, in einer WG wohnt. So, jetzt hab ich's vollständig halt auch korrekt gesagt. Naja, auf jeden Fall will der sich halt ein paar Euro dazu verdienen und kriegt was gespritzt bei Monnier, diesem Pharmaunternehmen, das wohl eine Art Muskelpräparat oder so sein soll. Blöderweise bricht parallel dazu grad die Zombie-Apokalypse aus und auch er wird gebissen und wird zum Zombie. Er hat aber dieses Präparat bekommen, na, und machen wir es kurz. Auf kurz oder lang wird er dann zum Zombie-Man. Und da gibt's hier eine ganz schöne Sache, das möchte ich auch gern mal aus dem Comic vorlesen, wie das wird. Also er stirbt dann auf eine besondere Art und Weise. Da gehe ich jetzt nicht zu sehr in die Details ein, weil er noch so ein bisschen als vegetierender, gebissener Mensch vor sich hin lebt und dann erst extra spannend stirbt. Und dann steht hier da, dass so die typische Art und Weise, wie auch der ganze Comic geschrieben ist, ist das Leben von Martin Morbus damit vorbei? Aus medizinischer Sicht vielleicht. Doch in der langen, kalten Dunkelheit des Grabes passiert etwas. Die Zombie-Viren gehen mit dem geheimnisvollen Testpräparat, dem Verwesungsschmodder und den Bakterien des Friedhofs eine unheilige Allianz ein. Und das, was sich nach Monaten aus der heiligen Erde wühlt, ist nicht mehr Martin Morbus, sondern etwas ganz, ganz anderes. Nämlich Zombie-Man. Und so ist es halt. Das ist alles so ein bisschen epischer und länger formuliert, als es vielleicht hätte sein müssen, aber auch irgendwie cool. Und dann ist da Zombie-Man am Start. Er erkennt es erst mal nicht wieder. Er sieht halt aus wie ein Zombie, ist aber im Gegensatz zu den anderen Zombies, die es so gibt, nicht total gehirntot. Und macht sich dann auf den Weg zurück zu Monnier, wo er gerne wieder geheilt werden würde. Wo er gerne wieder ein normaler Mensch werden würde und hofft, dass die bei dem Pharmaunternehmen das auf die Reihe kriegen. Naja, ich verrate mal nicht zu viel, wenn ich sage, dass das Ganze nicht so einfach funktioniert. Und Monnier vielleicht auch als Pharmaunternehmen womöglich der Antagonist ist in dieser Serie. Das Ganze gibt dann noch weitere, wenn man so will, Superhelden, andere Monsters. Teilweise gibt es große Kämpfe. Wir haben eine Handvoll weiterer spannender Figuren, auch klassischer deutscher Figuren. Hier wird zum Beispiel der Adler eingeführt, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und auch eine spannende Geschichte mit diesem Pharmaunternehmen zusammen hat. Wir kriegen ein Geistermädchen, das eine größere Rolle spielt. Und wir kriegen vor allem eine Figur, die doch sehr stark an Rick Grimes aus The Walking Dead erinnert. Das ist nicht einfach nur Rick Grimes. Der hat hier einen anderen Namen. Da muss ich mal gucken, ob ich den auf die Schnelle finde. Denn der ist so eine Art... Supergrimmel, glaub ich. Nee, der wird erst so super Grimmel. Aber letztlich ist Grimmel der Nachname genau. Richard wahrscheinlich. Ich glaub, Richard Grimmel wird, heißt der. Der nennt an einer Stelle auch einen Kollegen von ihnen, spricht damit Karl an. Also ist halt ganz klar, dass es hier eine Referenz auf Rick Grimes aus The Walking Dead ist. Und der ist dann so eine Art, ja, erster Antagonist. Und das schon irgendwie alles ganz cool. Die Story... Es passiert was. Das kann man nicht anders sagen. Und das ist letztlich die Origin-Story, die wir hier in den ersten fünf Bänden erzählt bekommen. Das macht schon Spaß, wenn er so seine Kräfte entdeckt. Das ist eben nicht nur, dass er so Selbstheilungskräfte hat, beziehungsweise eigentlich Eiterkräfte. Das ist ganz cool. Er kriegt dann so seine ersten Schusswunden ab als Zombie und merkt, oh, Wahnsinn, das Eiter hat ja gleich wieder zu. Also es prallt nicht ab. Nein, es durchbohrt ihn und wächst aber halt gleich wieder so zusammen. Oder er kann zum Beispiel durch Berührung von Wänden, kann er diese Wände so modrig machen, damit er dann diese Wände durchschlagen kann und so. Fliegen kann er noch nicht. Mal gucken, ob das noch irgendwie irgendwo kommt. Aber er ist quasi unsterblich, auch wenn er in seine Einzelteile zerlegt wird. Und das kommt auch in den ersten Heften schon vor. Findet er sich wieder zusammen. Es ist halt so ein Zombie. Und das ist eine coole Geschichte, die, wenn man einmal drin ist, Spaß macht. Ich habe hier nicht viel zu kritisieren, außer halt den Erzählstil, mit dem man warm werden muss. Ich finde alle Charaktere verhältnismäßig gut ausformuliert. Die Kolo von diesem ganzen Artwork, das wirklich typisch Levin Corio ist, das ist ja auch bei Horrorschocker genau dasselbe letztlich, ist flach. Da ist also jetzt nicht viel Schatten drin oder eine großartige zweite Farbebene oder so. Das ist halt einfach nicht Teil der Stilistik. Und das ist all das, was man eben von Weißblech-Comics auch erwarten kann. Das macht Spaß. Und das passt super auch zum Horror-Oktober. Schocktober, sagen wir jetzt mal. Genau. Das ist ganz cool. Die Monster, die dann auch im dritten Heft mit auftauchen, sind fetzig. Also weil es da halt einfach, und fetzig ist hier eine ganz besondere, konkret, brachial, korrekte Wortwahl. Weil es halt, es gibt dann so eine Art Riesenkampf-Motte. Und die hat zum Beispiel die Fähigkeit, natürlich kann die fliegen und so, aber die kann mit Kot werfen. Und wenn man dann diesen Kot auf den schießt, dann explodiert der Kot. Und dann ist halt episch, könnt ihr euch vorstellen. Es gibt noch so ein bisschen mutierte Monster. Und es gibt, wenn man so will, auch sehr offensichtliche Sozialkritik oder generell Kritik an Pharmaunternehmen, die hier natürlich irgendwie auch Parallelen haben. Zu Bayer zum Beispiel. Ist alles ein bisschen sehr on the nose. Da ist jetzt keine zweite oder dritte Ebene drin, die ist ja irgendwie versteckt. Aber muss es vielleicht auch nicht. Weil hier der Spaß, denke ich, im Vordergrund von Zombieman 1 bis 5 steht. Die Geschichte schreibt sich ein bisschen selbst, muss man schon auch sagen. Also, da ist jetzt kein großer Twist drin. Ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie lange rätseln müssten, wer jetzt der große, böse Chef von Monnier, also diesem Pharmaunternehmen ist. Denn auch der wird uns recht früh präsentiert. Er ist böse, er ist alt und er ist reich. Und das ist auch alles, was er sein muss, damit die Geschichte hier auf immer hin, was sind das, 30 Seiten ungefähr funktioniert. Jo, so sieht das aus. Damit ist wirklich exakt alles gesagt, was man zu Zombieman sagen kann. Und Patrick, hast du da schon mal drin geblättert? Ich habe tatsächlich sogar einige der Hefte gelesen. Also findet man auch bei einigen Kiosken. Ich kann das unterstreichen, was du sagst. Man muss aber auch sagen, das ist eine Referenz an die Zeit, an die das homagieren will, also an die das anspielen will. Zum Beispiel auch bei den Superhelden-Comics der 60er, 70er und vielleicht auch 80er-Jahre. Da wurde das alles vom Erzähler so ein bisschen übererklärt, obwohl man gesehen hat, was da passiert. Also wirklich so der Off-Erklärbär. Da kann man sich erst mal dran stören. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann versteht man, dass das wirklich so diesen Zahn der Zeit erfassen will. Zusätzlich haben wir halt noch wirklich diesen Horror-Trash, der hier mit rein spielt. Also wenn man Monster gegen Monster kämpfen sehen will, dann macht das halt auch auf eine richtig schön stumpfe Art Spaß. Und ich fand das jetzt auch, das ist jetzt nicht wirklich überragend, aber es macht Spaß für das, was es sein will. Und es will hier auch nicht wirklich größer sein, als es tut. Also das, was draufsteht, kriegst du. Und das macht halt eben Spaß, wenn man sich drauf einlässt. Das tut's. Ich bin gespannt. Und auf den Redaktionsseiten wurde das aber erst mal verneint, nicht, wann es zum ersten Crossover, verlagsanteren Crossover mit Captain Berlin kommt. Das ist jetzt nicht total abwegig, dass das passieren wird. Und irgendwie würde das ja auch passen, wenn man halt eben das Superhelden-Genre persiflieren möchte. Andi, sagt dir das irgendwas? Zombieman, Weißblech-Comics? Ja, klar. Also reingeblättert auch. Gelesen nicht. Aber ich hab's durchaus mitbekommen, dass es existiert und hatte auch Interesse. Das ist bei Weißblech immer so eine Sache. Weißblech ist so ein Verlag. Es ist einer der Verlage, die mir am sympathischsten sind, wo ich mir immer noch für mich selbst mehr Zugang wünsche. Also ich hab sehr, sehr wenig von denen gelesen. Captain Berlin, einiges, weil es Jörg Butgereit ist und ich den gut finde. Die anderen Sachen, wenn ich immer anschaue bei Weißblech, oft hält mich die Optik ab. Also gerade so dieses sehr 70er-Jahre-Horror-Comic-Gespenster-Geschichten-Ding. Ich krieg da immer nicht so richtig ganzen Zugang dazu. Und dann, da hab ich glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, was ich immer sehr schade finde. Also ich bin ja ein großer Verfechter des deutschen Genre-Comics, des deutschen Abenteuer-Comics. Ich fände es immer bloß ganz schön, wenn es nicht so viel Parodie wäre oder, also das kann man auch Hommage nennen, aber ich hab immer das Gefühl, dass ein großer Anteil von Genre-Comics, gerade aus den letzten Jahren, sei es jetzt Zombieman, sei es hier Trachtman und Matt Eagle und die Liga der Helden aus Österreich und Deutschland und so, dass es immer sehr, sehr viel eben so Wortspiele drin sind, parodistische Referenzen auf amerikanische Filme oder Comics. Also ich wünsche mir immer jemanden, der das mal in, der dann mal sein eigenes Ding in ernsthaft, eine ernsthafte Geschichte auch erzählen will. Also ich bin da, ich wäre dann übersättigt, wenn ich all diese Sachen lesen würde. Da ist mein Parodiespeicher dann sehr, sehr, sehr schnell voll. Zombieman, ich hab den schon ein paar Mal in der Hand gehabt und eigentlich wäre der auch total prädestiniert dafür, ich fahre jetzt nicht so viel Zug in letzter Zeit, aber das wäre so ein Ding, so am Bahnhofsbuch, einen Bahnhofskiosk, wirklich so für so eine Zugfahrt irgendwie mitnehmen und dann im Zug lesen. Da ist dann leider wirklich der Punkt erreicht, wo diese 5-Euro-Grenze dann auch so ein Ding ist. Das Heft kostet irgendwie 4,90 oder so und da ist dann immer so, das ist jetzt nicht super viel Geld, aber es ist trotzdem so, das Heft spricht mich nur so halbwegs an. Ich würde es ganz gern mal lesen, aber ich bin nicht top überzeugt. Wenn es 3 Euro kosten würde, würde ich es easy mal mitnehmen. Wenn es 5 Euro kostet, ist es immer so, ja, vielleicht jetzt nicht gerade jetzt, vielleicht mal irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt. Also an sich ist es mir sympathisch. Ich mag Weißblech, ich finde es super, dass die da sind und dass die so Sachen machen und dass die so Pulp-Comics auch machen. Ich meine, dieses Pulp-Thema ist mir ja doch eigentlich auch sehr, sehr, sehr nah. Ich habe irgendwie noch nicht so richtig den Zeitpunkt erreicht, wo wir so komplett zueinander kommen. Ich hoffe, dass der irgendwann mal da sein wird, dass ich sage, okay, jetzt lese ich mal mehr von denen und finde den Zugang dazu. Deswegen, also Interesse ja, eingetaucht noch nicht. Wirklich gerade so dieses Ding, das ist halt wirklich auch schwierig mit dem Heft. Man hat das erste Heft dann gelesen und Begeisterung sieht anders aus. Ist einfach so. Ich würde fast schon dazu raten, hier auf den Sammelband zu warten, den wir bei Käpt'n Berlin ja bekommen haben und auch bei den Horrorschockern inzwischen kriegen. Lest euch die Dinger am Stück als Sammelband durch. Ich glaube, das ist hier die Empfehlung für Neueinsteiger bei Weißblech. Patrick? Definitiv. Ich muss dazu sagen, ich hatte sogar über Umwege auf der Frankfurter Buchmesse auch noch Kontakt mit einem Levin Curio Comic. Den habe ich einen Kumpel geschenkt. War richtig schön spaßig. Also da lag schlüpferlupfende Manga-Schlampen und das habe ich dann halt einem Kumpel geschenkt. Und der hatte damit richtig Spaß. Daher kenne ich diesen Zeichen auch. Ja, es gibt eine riesengroße FSK-18-Abteilung, die auch gar nicht so offensiv beworben wird. Die muss man extra, die Übersicht oder den Backkatalog, die muss man individuell anfragen mit Altersnachweis und so. Dann gibt es da auch eine Menge Zeug. Ich habe hier unter anderem auch noch was liegen. Das ist nicht FSK-18, aber es ist auf jeden Fall sehr trall und prall. Das ist hier Lubia heißt es, glaube ich, Luba, die Wolfsschwanz. Den habe ich noch hier und generell noch weitere Sachen. Also ich werde noch einen weiteren Einblick in Weißblech riskieren und da dann auch mal erzählen, wie es mir gefallen hat. Ja, Jungs, ich glaube, dann sind wir einmal durch wieder mit unseren Besprechungen. So schaut's aus. Und danke euch vielmals dafür, dass ihr heute für unsere Hörenden da draußen ein paar Comics besprochen habt, euch die Zeit genommen habt und vor allem auch noch mal die Info an euch da draußen, dass ihr ja mit uns in Kontakt treten könnt über die üblichen Social-Media-Plattformen eures Vertrauens, aber eben natürlich auch Signal und Telegram. Das sind Chatgruppen auf eurem Smartphone, die wir eingerichtet haben und da kann man sich austauschen. Das machen wir auch. Da gibt es teilweise exklusiven Vorab-Content. Beispielsweise die Intros werde ich jetzt noch mal raushauen, die wir ja immer vorab produzieren mit den meistens VertreterInnen der deutschen Comics-Szene, also nicht weißen Männern. Hört da mal rein, da gibt es geilen, exklusiven Scheiß und wir antworten meistens auch unmittelbar und zeitnah. Andi, du hast ja vor kurzem für jemanden da auch irgendwie geholfen, da mal ein Bild zu suchen, ne? Ja, genau, da hat Paul was, glaube ich, oder so. Das war ein Bibios-Bild. Genau. Ja, wir hauen da generell ein bisschen mehr Content raus. Wir posten da immer wieder mal News oder bringen dann solche Storys, wie Andi und ich waren, durften Venom 2 vorab sehen. Auch sowas posten wir oder eben den Output. Wir lesen deutlich mehr als diese zwei Comics im Monat. Und auch da schreiben wir ab und zu deutlich mehr Worte oder bringen dann Comics, die hier so in dem zweistündigen Format einfach nicht in die Comic-Cookies-Ausgabe reinpassen. Also wir haben deutlich mehr Output, als in diese zwei Stunden passt. Ganz genau so sieht's aus. Wir haben noch weitere Ideen, auch wie wir hier die Comic-Cookies inhaltlich vielleicht noch ein bisschen optimieren können. Dazu an anderer Stelle später mal mehr. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Wir freuen uns drauf, wenn ihr die Affiliate-Links nutzen wollen würdet, die ich immer in die Shownotes poste, wo ihr einfach die Möglichkeit habt, die Comics, die wir hier besprechen, auf Amazon zu kaufen. Und wenn ihr das tut, kriegen wir einen kleinen, aber feinen Prozentsatz ab. Keine Sorge, das tun nicht viele Leute, weil die meisten zu Recht ihre Comics immer noch direkt beim Verlag oder im Comic-Laden kaufen. So, das war's. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Adieu. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020